Selber aus dem Spiel, unnötig hinter dem Tor, der Zweikampf war hart, aber den musst du nicht unbedingt so hart führen, dass du eine Strafe kriegst. Aber sei es drum, 4 gegen 4 geht es weiter, 1 Minute 13 und dann hat Rosenheim Powerplay, das wird richtig gefährlich für mich. Das Powerplay des Turniers. Da hast du vollkommen recht, diese Powerplayquote, die sie in der Meisterrunde bzw. auch in der normalen Liga ausüben konnten, haben sie dann nochmal verbessert? Also wirklich, die haben eine Powerplay, ein Powerplay, das wirklich hier fast einmalig ist. Ja und dann natürlich, man muss ihn einfach thematisieren. Lukas Reichel ist ein überragender Spieler im Rosenheimer Spiel, bekommt viele Scheiben, hat oft das Auge für den Mitspieler, hat aber auch einen sehr, sehr gefährlichen Schuss. Aber auch natürlich Stelzmann, die Nummer 11, ein verdammt intensiver Spieler, jetzt wird es sehr gefährlich, aber Klötzl von Köln fängt da die Scheibe ab. Und jetzt die Scheibe noch im Drittel, das machen die Rosenheimer gut, aber jetzt raus, müssen neu aufbauen. Bauen auf über die Fee, jetzt die Kölner, wie der Klötzl, der jetzt da ein bisschen Fahrt aufnimmt. Durch eine neutrale Zone aber, sofort wird er geblockt, aber Schlagschuss, aber weit übers Tor. Das war ja eher ein Field-Goal. Ja, kann man so sagen, der war, die Stangen haben gefehlt, der wäre aber reingegangen. So, jetzt Rosenheim im Aufbau, ein Stürmer löst sich, aber die Scheibe in der neutralen Zone geblockt. Jetzt abgelegt, auf die 50, Schuss. Und die Überzahl der Kölner, das 4-4 endet, die Strafe der Rosenheimer ist beendet, somit jetzt Rosenheim mit Platz. Sieht ihr den Mann? Der kann die Scheibe aber nicht annehmen. Schade. Somit gibt es Eising. Aber die Idee war gut. Die Idee war gut, der Mann hat sich früh gezeigt, das hat der Verteidiger gesehen, aber die Scheibe kam nicht gut genug, oder er hat sie nicht gut genug angenommen, das kann man dann sehen, wie man will. So, jetzt sind die Rosenheimer im Aufbau, warten dahinter im Tor, ja, sind da, jetzt geht's los. Schön, die Scheibe gestopft von Luna. Jetzt gut davor, checkt der Rosenheimer. Scheibe, aber rutscht da raus. Gottwald kriegt die Scheibe dann nicht geblockt an der Bande. Oh, da gibt's den ersten Check des Spiels. Jetzt. Ja, das ist eben genau der Lukas Reichel, das ist echt ein guter Schuss. Hat er gut gemacht, hätte aber abspielen können. Da war der Mann recht für mich frei. Okay, aber von hier oben ist das alles leicht zu urteilen. Du kannst, solange du kein Tor schießt, hast du irgendwas falsch gemacht und dementsprechend alles gut. Delsmann nimmt das Bulli jetzt, die eben angesprochene Nummer 11. Jetzt, ah, rutscht Delsmann die Scheibe durch die Beine. Spieß geht nach. Spieß, versucht die Scheibe dann durch die Beine zu tippen, aber das klappt nicht. Die Kölner bauen neu auf. Glötze. Der Viel-Eis-Jet bekommt hier in der Anfangszeit. Peterson, aber Schuss geblockt. Somit Bulli vorm Rosenheimer Tor. So, jetzt die Kölner. Aber die geraten da sofort unter Druck, können die Scheibe dann nicht wirklich im Drittel der Rosenheimer halten. Doch, jetzt Scheibe an die blaue Schuss geblockt, aber direkt zum Kölner Spieler. Scheibe kommt. Und wieder Bulli links vorm Rosenheimer Torwart. Vor Janik Engler. Ja, die Rosenheimer wechselt da ja munter den Goalie durch. Was ist da deine Meinung zu? Also, bist du eher der, der sagt, du nimmst eine Nummer 1, die spielt das Turnier. Ich meine, dir geht es immerhin um die Meisterschaft. Oder jeder soll hier seine Spielzeit bekommen. Ja, also gestern hat ja hauptsächlich Marinus Schunder gespielt. Hat auch eine klasse Partie gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber man muss natürlich auch durchwechseln, weil es ist für keinen Spieler schön, immer nur auf der Bank zu sitzen und dann ein Team draußen, in Anführungsstrichen, alleine kämpfen zu lassen. Also jeder will wirklich, auch bei Rosenheim, diesem Teamgeist ein Teil davon sein. Ah, da machen wir weiter. Die Rosenheimer versuchen die Scheibe aufzubauen. Ein bisschen zerfahren da im Mitteldrittel vor allem. Da machen beide Mannschaften es eng. Schöner Check gibt es ja jetzt von den Kölnern. Nun Gois auf Martinovic. Schön rüber auf den Kapitän. Aber jetzt Scheibe tief. Ja, ja, die Scheibe war vor der roten Linie abgefischt. Dementsprechend war es Eisding. Ja, ja. Ja, und im Parallelspiel machen sich gerade die Kaufbeurer bereit. Im Spiel. Herr Gois ist da beim Eising. Übergibt die Scheibe den Schiedsrichter. Bisher haben beide Mannschaften noch sehr abtastend. Wie findest du es? Ja, es ist, wie eben angesprochen, noch etwas zerfahren. Beide wollen natürlich auch nicht den ersten Fehler machen. Beide hatten ein kurzes Powerplay. Aber das hat bisher noch für keinen irgendwie den Vorteil gebracht. Und vor allem auch noch nichts Zählbares. Ja, du sagst es. Das Wichtigste ist dann natürlich, was auf der Anzeigetafel steht. Da kann man noch so gut spielen und noch so dominant sein. Am Ende zählen die Tore. Das ist wohl wahr. Jetzt die Kölner mit einer guten Chance. Da ist links viel Platz. Scheibe kommt in den Slot. Aber begraben von Janik Engler. Ja, du sagst es, was auf der Anzeigetafel ist. Und die Haie hinterm Tor. Scheibe kommt tief, auch in die blaue, aber kann da nicht gesichert werden. Nun frisch. Hat nochmal die Scheibe jetzt hier. Spielt hinter das Tor. Und jetzt kann es nach vorne gehen. Aber das ist natürlich eisig angezeigt. Aufgehoben. Schön. Von den Kölner ein. Und dann kommt der harte Jack an der Bande. Sehr, sehr schön. Nun die Rosenhalber über die rechte Seite. Jetzt die Kölner, aber der Schuss geht weit am Tor vorbei. Jetzt ist die Scheibe da in der Ecke. Geht hinter das Tor. Die Rosenhalber, die Spiele leichtfertig die Scheibe weg. Ja, eben auch schon angesprochen. In der Nebenhalle, da findet jetzt das Spiel Kaufbeuren gegen Grefeld statt. Das ist sicherlich auch ein spannendes Spiel. Ich bin mal gespannt, ob die Grefel da vielleicht einen Sieg einfahren können. Die Kaufbeure haben natürlich noch eine Rechnung offen, nachdem sie da im letzten Spiel sehr, sehr viel noch riskiert haben. Aber leider, dass nichts Zählbares rausgebracht hat. Aber wir sind erstmal weiter hier. Aber wir sind noch in Sachen Sä 04. Jetzt sei ein bisschen zerfahren im Angriffsdrittel der Kölner, aber Bisher ja noch nicht wirklich ein attraktives Spiel, sind zwei Mannschaften, die sich viel egalisieren Jetzt vielleicht Rosenheim, aber auch da sofort die Scheibe unter Kontrolle Klötzl ist da frei rechts, ja der wird auch gefunden Und jetzt geht's nach vorne Schlagschuss kommt Ja der Schuss war doch noch ganz gut, ich fand die Position war nicht optimal, aber Scheibe von ganz spitze im Winkel da übers Tor gelöffelt Jetzt die Rosenheimer Ja jetzt Rosenheim Vielleicht mal, ja die Scheibe einmal aufs Tor bringen Jawohl und weiter geht's Das ist Spieß Ah jetzt hat er die Scheibe im Slot, aber Peterson passt auf Chippt die Scheibe tief Ja das Spiel läppert sich jetzt so ein bisschen hin Keine Mannschaft traut sich wirklich Einen Stich nach vorne zu machen Jetzt Peterson Schöner Pass jetzt hier Schuss kommt übers Tor von Lunemann Sofort der Schläger vom Tölzer Spieler geblockt Äh vom Rosenheimer Spieler, Entschuldigung So jetzt die Kölner im Aufbau Aber den Hein fehlt momentan ein bisschen der Biss Ja richtig, aber jetzt vielleicht Rosenheim mit Lukas Reichler Aber der sofort von Koros geblockt ist Aber er hält die Scheibe schön Schöner Pass da, durch die Beine Einmal ein schöner Move Und jetzt die Kölner Versuchen das sich zu lösen Das klappt jetzt auch Ah die Rosenheimer stehen extrem tief Immer mit zwei Mann tief Und einem Mann der nochmal absichert Checken da relativ wenig vor Aber, oh der Pass war nix Das ist Eis Aber bisher ist es auch noch nicht so wirklich nötig Hartford zu checken Köln gibt das auch nicht her Dementsprechend die Kräfte schon Ich meine das Spiel ist lang Das Turnier kann für beide Mannschaften Noch etwas länger werden Oh da schlägt der Nein Das sah aus wie Max Jagerer Gestern noch interviewt Ja aber der war da Und das hat bestimmt weh getan Ja aber da war quasi Selbstschuld Da hat er sich irgendwie verhakt im Eis Und konnte dann nicht mehr bremsen Da war jetzt kein Gegenspieler dran beteiligt Aber er nimmt sich zusammen und steht auf Ja ganz fairer Applaus Bei der Mannschaften Das ist immer gefährlich Wenn so ein Spieler in die Bande einschlägt Aber das ist auch ein harter Hund der Max Jagerer Hat gestern schon mal einstecken müssen Hat aber immer weiter gemacht Ja du hattest die Ehre ihn zu interviewen Er ist auch ein vollkommen offener Spieler Geht damit sehr professionell um Jetzt die Kölner Köln jetzt mit Ja aber das dauert lange bis dann der Pass da kommt Aber jetzt Schuss kommt Tor 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 für die Kölner Heide Da schlägt er ein Und es war die 24 Jussi Pettersen Der hier das Tor macht Ja viel Kölner Anhang ist hier dabei In Tölz Aber Aber auch die Rosenheimer haben ihre Fans dabei. Als Titelverteidiger sind sie natürlich auf jeden Fall ein Favorit. Und natürlich haben sie auch die Fähigkeit, dieses Spiel zu drehen. War für mich so ein kleiner Sonntagsschuss. Da war der Stürmer alleine durch. Eigentlich genug Verteidiger hinten. Aber er haut einen raus und er schlägt ein. Und ein Sonntagsschuss am Sonntag, den sieht man auch nicht oft. Jetzt kann der Spieler auch erst richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt wo das Tor gefallen ist, steht Rosenheim natürlich unter Zugzwang. Ja, und da probieren sie es auch gleich. Koller, aber der bringt die Scheibe da nicht an. Köln kann sich befreien. Klötzl, der treibt viele Angriffe an. Ist ein ganz wichtiger Spieler im Aufbau. Klötzl erhält auch verdammt lange Eiszeiten. Also ist sehr lange auf dem Eis. Geht nun wechseln. So, nun die Rosenhalber bringen die Scheibe tief. Reichel geht danach. Schön gemacht. Gegen drei. Kölner aber dafür lebt er die Scheibe. Machen sie gut, die Kölner. Martinovic jetzt. Schöner Move. Oh, schöner Check. Schön Schulter zu Schulter. Viel von der blauen Linie wird geschossen auf Rosenheimer Seite. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Scheibe dann abzufälschen. Aber jetzt Rosenheim wieder im Angriff. Aber die Scheibe weit vorgelegt. Aber da spielt der Kölner zum Rosenheimer. Und jetzt. Ganz knapp an der Kölner vorbei. Rieseneinschussmöglichkeit. Jetzt guter Pass. Und jetzt die Möglichkeit. Aber. Lundemann hält. Schöner Safe. Lundemann bisher ein sicherer Rückhalt für die Kölner. Auf jeden Fall. Aber da kannst du schon ein bisschen mehr draus machen. Da schießt er eben auch ein bisschen das Ding fast auf die Brust. Also das wird dann auch nicht schwer, den zu halten. Aber. Weiter geht's. 4,49 noch im ersten Drittel. Ja. Stellt man jetzt am Bulli. Gewinnt das. Das ist ja fast schon. Schuss kommt. Typisch für ihn. Die Kölner blocken die Schüsse auch sehr souverän. Und Petersen. Der Torschütze zum 1 zu 0. Klötzel. Oh, gute Idee. Ja, Lundemann geht hier erstmal auf Nummer sicher. Wie hoch glaubst du ist der Druck auf die Schultern von Lundemann? Ja, ich glaube, der Druck ist jetzt nicht besonders arg viel höher als sonst. Aber bisher macht er seinen Job gut. Ja, ich habe da Angst. Ja, ja. Das ist kurz zu machen im Break. Das ist kurz zu machen im Break. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Van der Faen nur am Bulli-Kreis verliert es und Gottwald spielt gleich quer. Jetzt erstmal Überzahl. Gottwald kriegt nochmal die Scheibe. Er ist damit direkt zurück. Ah, gute Idee, da auf Agarad zu spielen, der im Slot gut freistand. Jetzt Agarad. Kriegt er die Scheibe, muss er sich holen, muss er kämpfen. Alles fair. War auch, fand ich fair. Muss man keine Strafe geben, meiner Meinung nach, aber da gibt es zwei Minuten gegen Agarad. Wieder gibt es schnell zwei Strafen hintereinander, also wieder kurze Powerplays, nur das waren jetzt 26 Sekunden. Schiedsrichter heute genau das Gegenteil von gestern. Gestern haben sie sehr viel laufen gelassen. Ja, bisher im ersten Spiel wird da viel abgepfiffen. Weiß nicht, ob es da irgendwie eine Ansage gab, aber... Vielleicht Rosenheim jetzt wieder nach vorne. Ich glaube, das 4-4 kommt eher diesen Rosenheimern zugute. Das sind die laufstärkere Mannschaft, meiner Meinung nach. Köln da eher die physischere Mannschaft. Und in 4 gegen 4 ist es eben ein schnelles Spiel. Du hast viel Platz auf dem Eis. Aber den Platz musst du auch nutzen. Ja. Ah, da vergisst er die Scheibe, aber holst sie da noch. Da hast du eben schön den Unterschied gesehen. Der Kölner geht nur auf den Mann, versucht nur den Mann zu blocken. Kriegt er gar nicht mit, dass der Rosenheim die Scheibe liegen lässt. Und die Rosenheimer jetzt vielleicht mal im Break und übers Tor. Schade. Und nun nochmal die Rosenheimer Schlagschuss kommt. Von der blauen Linie, aber Lunemann hält. Schade. 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 Jetzt die Rosenheimer, ja, Köln, oh, schöner Hit, aber da, ja, da kannst du den Arm heben, aber ein schöner Open-Eis-Hit, und da war die Strafe gerade abgelaufen von den Kölnern, und da darf sofort wieder einer Platz nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, hier noch eine Minute 39. Im ersten Drittel, stellt es mal an der Bulli, verliert das sogar mal. Geus versuchen jetzt da ruhig aufzubauen, die Kölner, oh, das ist gar nicht gut, da über die Bande geklärt hinterm Tor. Oh, da versucht der Rosenheimer Spieler, den Kölner zu checken und fliegt weg. Das ist Rosenheim. Ja, wir haben da jetzt ein bisschen Platz, aber Pass geblockt. Oh, schön gespielt, da wieder in den Slot. Reichel, jetzt, oh, da war der Torwart schon gelegen, den kann man machen, aber noch 45 Sekunden. Jetzt ist überzahlt Platz für Agera, aber das, da verfehlt er die Scheibe und der Kölner Goalie langt dann zu. Okay. Auf Wiedersehen. Jetzt nochmal Bulli, Reichel steht da am Bulli, verliert das Bulli, ich gebe euch jetzt die Chance, zumindest mal etwas Zeit von der Uhr zu nehmen, aber Gottwald, Gottwald, Gottwald auf den Kapitän, jetzt geht es darüber, der hat die Scheibe, der Reichel, der ist einer, der soll das Spiel lenken, wäre auch vor Stock gewesen. Jetzt Rosenheim, Prosecken. Scheibe hoch an die Blaue, aber da wird Spieß davor abgeräumt und kann den Pass, den er kriegen sollte, nicht annehmen. Scheibe hoch, nochmal ein guter Schuss, das Drittel ist rum. Wir starten noch ins Voto, dann mit 22 Sekunden Überzahl für Rosenheim, aber jetzt geht es erstmal für 1-0 für die Kölner in die Pause. Das ist ... 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 Vielen Dank. 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 Ja, 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 ja. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Und... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die Scheibe... Ja, ja. Ja, ja, ja. ... Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Und da war der Arm zum Icing nur gehoben. Ich dachte aber auch Strafe. Ja, sah so aus. Also nach dem Check wurde dann nur Icing, ja. Aber trotzdem, das Spiel hier ist sehr, sehr viel gepfiffen. Die Schiris sollten da etwas mehr laufen lassen generell. Jetzt die Kölner. Wieder soll es da einen harten Check geben. Der trifft aber nicht ganz. Aber der trifft und der war richtig hart. Und der war richtig hart. Und der hat gesessen. Und ich glaube, der ist ausgenockt. Nein, er bewegt sich. Aber der hat damit ordentlich zu kämpfen. Und das ist genau das, was eben passiert. Bei sowas musst du eine Strafe geben, meiner Meinung nach. Das war ein klarer Bandencheck. Aber die Kleinigkeiten pfeifst du ab und sowas hebt dann nicht den Arm. Und das ärgert die Spieler, die Trainer. Und es fordert nur noch mehr, immer einen draufzusetzen. Pfeift das Spiel einfach gescheit. Und dann passiert sowas nicht. Aber was definierst du unter gescheit? Einfach gesunde Härte laufen lassen. Aber wenn es natürlich dann an die Gesundheit geht, dann musst du abfalten. Jetzt bei so einem Check. Und er war ja wirklich, sag ich mal, zumindest benommen. Da gibt es dann keine Strafe. Aber wenn dann der Schläger mal kurz die Hose berührt, dann wird der Arm gehoben. Und dann ist es Haken oder Stockschlag. Also, ja, ja, auch die Fans jetzt, sauer, verständlich. Ich kann es verstehen. Du pfeifst das Spiel hier kleinlich und gibst dann bei sowas keine Strafe. Das versteht dann keiner. Du kannst es nicht rechtfertigen. Jetzt abseits gepfiffen. Gut, der Schuss, der wird gefährlich. Jetzt die Rosenheimer. Aber das gibt es direkt in zwei. Aber Scheibe tiefgebracht. Köln muss neu aufbauen. Aber direkt der Vorcheck jetzt. Oh, jetzt Slot frei. Aber am Tor vorbei. Das war, glaube ich, wieder Agara. Ich weiß nicht, kann das... Nee, war nicht. War Marco Koller. Hast du vollkommen recht, aber so rein musst du dann machen. Weil der war ja völlig frei vorm Tor. Der war völlig frei. Oh, jetzt schöner Pass hier. Aber wieder nicht ganz genau auf die Kelle. Leider kommt Maxi Agara da nicht mehr mit seinem Schläger ran. Die Kölner jetzt unter Druck. Oh, wieder der Fehlpass von Köln jetzt. Rosenheim fährt dahinter das eigene Tor. Das ist zu eigensinnig, Gottwald. Und das ist auch halte. Klare Strafe für Lukas Reiche. Das ist unnötig. Er kann da abspielen, will das alleine machen. Dann war der Frust bestimmt groß. Ja, und dann spielt er den klaren Fehlpass auf den Kölner. Musst dann haken und dann geht er zwei Minuten runter. Und das sind die Strafen, die du nicht nehmen darfst. Die sind völlig unnötig, im eigenen Drittel den Puck abzugeben. Aber gut, jetzt Köln die Chance. Mal schauen, ob Köln jetzt hier einen macht. Es ist jetzt natürlich ganz wichtig für die Domstädter, jetzt was zu machen. Weil jetzt hätten sie die besten Voraussetzungen. Ja, auch der Schuss geblockt. Viele geblockte Schüsse in dem Spiel hier. Borzeck. Ja, der schlägt dann über die Scheibe und Scheibe rutscht dann raus. Wieder zurück auf Borzeck. So, wir müssen die Kölner neu aufbauen. Scheibe geht tief. Schon da. Oh, schön gesehen. Das dauert zu lang. Das dauert einfach zu lang. Das war schlampisch gespielt. Jetzt Köln, neuer Aufbau. Und jetzt kann es schnell gehen. Liegt jetzt hier schön zurück. Und Scheibe geht wieder tief. Ja, ja, ja. Abseits. Ja, sie brauchen zu lange da eben. Da wird dann an der blauen Linie dann noch gestickhandelt. Und dann fährt der Leitkölner rein. Und dann kommt der Puck nach. Und dann ist Abseits. Jetzt war der Schiedsrichter auch wieder sehr lange am Bulli-Kreis, bis er dann tatsächlich eingeworfen hat. Wir haben es ja ganz am Anfang, am gestrigen Samstag, angesprochen. Das ist der Punkt, wo dann sehr viel Auge darauf gemacht wird. Aber nun die Kölner wieder in Position. Jetzt. Steh jetzt. Aber wieder rutscht ihnen die Scheibe durch. Auf was führst du das zurück? Ich finde, das sind so kleine Unkonzentriertheiten. Das passiert den Jungs nicht so oft eigentlich. Ich glaube, das macht einfach dieser Druck. Wir haben es ja in der normalen... Oh, jetzt schön durchgelegt. Schön gemacht. Schade. Aber schade. Das hätte einen Abschluss verdient gehabt. Wir kennen die Kölner ja aus der Meisterrunde, beziehungsweise aus der normalen Liga-Phase. Als ein passsicheres Team. Aber heute irgendwie ist die Nervosität. Das ist doch groß, aber schon der Held hier. Dann doch den Schuss von der blauen Linie nochmal sicher. So, jetzt. Die Scheibe tiefgebracht. Kein Icing. Stelltsmann war da... Ist Schritt vorne. Jetzt die Kölner können sich da reinbauen. Auf. Und jetzt gibt es wieder Strafe. Aber diesmal für Köln. Ja, wieder Behinderung, glaube ich. Oder hat er Halten angezeigt. Habe ich das richtig sehen können. Aber... Dann war es Behinderung. Dann war es Behinderung. Wieder eine Strafe. Wieder... Finde ich etwas streng gepfiffen. Aber... Das nächste Powerplay... Und das von Rosenheim ist gefährlich. Das hat vorhin versenkt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie nachlegen können. Die Scheibe geht jetzt erstmal zu den Kölnern, aber Bulli wiederholt. So, jetzt die Kölner. Aber... Punktverlust jetzt. Die Rosenheim, aber schlechter Pass. Versuch da, aber... Der Kölner läuft jetzt einfach zweiter. Der zweite Stürmer läuft nicht wirklich nach. Goiz macht das gut. Aber da fehlt nicht natürlich. Aber da muss er die Scheibe tief bringen. Dann muss er einfach nur die Zeit von der Uhr nehmen. Hat er spekuliert, dass da im Slot einer steht? Ja, und jetzt die Scheibe geht tief. Rosenheim muss neu aufbauen. Meier da. Aber... Im Slot der Kölner? Aber den kriegt er nicht rüber. Oh, aber gut gemacht hier. Guter Backcheck dann vom Kölner. Aber schon wieder Reischel jetzt. Reischel. Der Topscorer. Reischel, jetzt muss er an die Blauer ablegen. Ja, macht er. Der Verteidiger läuft dann tief. Jetzt fehlt einmal der Blauer. Ah, das hätte es werden können. Alter, da fliegen zwei Rosenheimer. Die werden richtig hart angegangen hier im Powerplay. Die haben nicht viel Platz. Das tut weh vom Tor. Und jetzt können die Kölner zum Wechseln fahren. Und das hat immer die Rosenheimer ausgemacht. Immer der Mann vom Tor, der da viel ausgemacht hat im Powerplay. Aber den kriegen sie noch nicht in Szene gesetzt. Jetzt schön den Puck in der Zone gehalten. Jetzt. Ja, Scheibe eingeklemmt, abgepfiffen. Noch knapp 25 Sekunden in Überzahl für die Rosenheimer. Vielleicht können sie ja nochmal Kapital draus schlagen. Schöner geblockter Schoß und die Scheibe geht raus. Und das bringt auch nochmal wertvolle Sekunden hin. Jetzt sind die Haie auch wieder komplett. Schöner quer passiert den Slot, aber Lunemann ist da und hält die Scheibe sicher. Ja, fünf Minuten noch jetzt im zweiten Drittel. Die Rosenheimer, das Powerplay hat nichts gebracht. Das haben die Kölner gut unterbunden. Die Kölner gut unterbunden. Die Klänge, die Kölner gut unterbinden. Die Kölner gut unterbinden. Ja, Schöner. Ja, Schöner gut unterbinden. Ich bin klar, schöner gut unterbinden. In der Kölner gut unterbinden. Abseits gepfiffen, somit die nächste Unterbrechung. 4.22 Uhr noch auf der Uhr. 5.22 Uhr noch auf der Uhr. Jetzt weiter Rosenheim bringt die Scheibe da direkt tief. 5.22 Uhr noch auf der Uhr. 5.22 Uhr noch auf der Uhr. Schuss kommt, aber rechts am Tor vorbei. Jetzt geht die Scheibe da tief ins Kölner Drittel. Es gibt Eising, kein Wechsel der Rosenheimer. Aber den fängt schon da wieder schön raus. Es war noch ein sicherer Rückhalt am heutigen Tag. Nun hinterm Tor der Rosenheimer. Pass kommt schön zurück auf die Kapitän, der zieht sich selber ab. Ja, und Maxi Agara versucht hier den Spielpartner zu finden. Dann fängt die Scheibe auch nochmal gut ab. Aber der Schuss ist dann doch zu ungefährlich. Knapp zweieinhalb Minuten auf der Uhr. Das gibt es nochmal abseits. Ja, der Spiel entscheidet sich eindeutig durch die Strafen. Die Schiedsrichter, wie vorhin angesprochen haben, haben ja eine sehr strenge Linie, die sie befolgen. Das nimmt natürlich auch dann Einfluss auf das Spiel. Und nun die Kölner versuchen sich hier die Scheibe zu holen. Aber Rosenheim macht ihr Vorchecking weiter mit Maxi Agara. Und Köln. Scheibe tief. Gibt keine Strafe. Es war auch kein bösewilliges Foul. Da wollte der Rosenheimer zu viel aus der Situation rausholen. Der Kapitän. Krumpe. 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 Schuss kommt, aber rechts am Tor vorbei. Und stellt es mal nun hinterm Tor. Spielt die Scheibe lang. Die Scheibe kommt sogar an, aber... Dann ist es doch zu unsauber gespielt. Jetzt vielleicht nochmal Rosen... Äh, äh, Köln, Tor! Tor für die Haie! Wunderschönes Tor! Vorcheck macht hier das Tor! Schön gemacht hier. Und jetzt stehen die Rosenheimer wieder unter Zugzwang. Und das Spiel wird jetzt nochmal richtig, richtig spannend. Weil wir haben ja noch ein ganzes Drittel dann zu spielen. Im zweiten Drittel sind es dann noch knapp eineinhalb Minuten. Das ist auch nicht mehr viel. Das heißt, Rosenheim muss jetzt nachziehen. Ja, und das ist ein ganz klares Beinstellen. Da darf sich Marvin Trothen auf die Strafbank setzen. Sich kurz abreagieren. Das heißt dann auch Rosenheim wieder für zwei Minuten in Überzahl. Und jetzt müssen sie Kapital daraus schlagen. Unterstützung von ihren Fans hätten sie. Jetzt muss es nur noch die Mannschaft sein, die damit zieht. Kein Wechsel angezeigt vom Schiedsrichter. Guck mal, die Rosenheimer lassen in den Puck schön zirkulieren an der blauen Linie. Schön den Slot gespielt, aber Gott sei Dank kommt er nicht ganz rein. Und nun Krumpe zieht ab. Links ab, Tor vorbei. Und der Puck geht raus. Krumpe nun auf Reichel. Reichel, der ist schnell, der ist schnell. Zieht nach innen. Schuss kommt, aber abgeblockt. Nun wieder Krumpe von der blauen. Mit dem Schlenzer links übers Gehäuse. Reichel legt ab auf Krumpe. Krumpe, aber freie Sicht für Lunemann. Und dann gibt es Rangelein vor dem Tor. Und das ist eine unnötige Strafzeit für den Rosenheimer wegen unkorrekten Körperangriffs. Das ist unnötig. Das wird jetzt sehr, sehr schwer für Rosenheim. Unterm Strich hat Köln dann noch eine 48-sekündige Überzahl. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich da nochmal was draus schlagen können, aber trotzdem Rosenheim verspielt sich ihre Chancen. Beziehungsweise ist selber dran. Schulz sitzt sehr oft in der Kühlbox. Das kann dann auch der Auslöser sein, dass man so ein Spiel dann nochmal verliert. Aber es sind jetzt hier noch 27 Sekunden auf der Uhr und danach haben wir nochmal volle 18 Minuten, wo beide Mannschaften Vollgas geben können. Die Kölner wollen wahrscheinlich den Vorsprung nochmal ausbauen oder ihn zumindest verteidigen. Aber die Rosenheimer sind klar. Dann Unterzugzwang. Jetzt gibt es auch noch ein bisschen Gespräche zwischen dem Schiedsrichter. Und der Nummer 29, Jakub Porzecki, den anscheinend noch irgendetwas zu bereden hat. Dann gibt es zusätzlich auch noch Gespräche bei der Rosenheimer Bank. Anscheinend der Trainer nicht ganz zufrieden damit, mit der Entscheidung des Hauptschiedsrichters. Aber da gibt es keine zwei Meinungen, das war ganz klar. Nun die Kölner im Scheibenbesitz. Porzecki spielt hinten rum. Auf seinen Bruder. Nun Van der Fa. Nun Van Gastler. Ja und Köln macht es hier gut. Man muss sagen, dass es unter dem Strich verdient war, dass Köln jetzt hier führt. Aber natürlich sind die Rosenheimer selbst schuld. Die vorhin angesprochenen Strafminuten waren eindeutig zu viel. Unterm Strich sind sie da selbst dafür verantwortlich, dass sie sowas machen. Ja und ich habe den Kapitän, der Kölner, bei mir, ihr führt jetzt sicherlich nicht ganz unsverdient. Was sagst du zum bisherigen Spielverlauf? Wir haben im ersten Drittel ganz gut angefangen, haben dann ein bisschen nachgelassen, sind jetzt zum Ende wieder rausgekommen. Mussten am Ende gucken, dass wir sicher spielen. Aber es ist bis jetzt ganz gut. Ihr seid ein sehr physisches Team. Wird heute sehr, sehr klein durchgepfiffen, finde ich, heute am zweiten Tag. Ich weiß nicht, wie das euch am ersten Tag getroffen hat. Aber viele Strafzeiten, das müsst ihr glaube ich auch abstellen. Das Powerplay der Rosenheimer ist verdammt gefährlich. Ihr habt zur Zeit noch unter Kontrolle, aber auch das erste Gegendor habt ihr in Unterzahl bekommen. Also sicherlich eine Devise von der Strafbank wegbleiben. Ja klar, wir müssen gucken, dass wir keine dummen Strafen nehmen. Klar wollen wir weiter körperlich spielen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall die dummen Strafen nehmen und dann in Unterzahl Tore kassieren. Alles klar, ich bedanke mich und wünsche ein gutes drittes Drittel. Ja, ich habe den Spieler Spieß, der Rosenheimer bei mir. Ihr habt jetzt kurz vor Schluss den Rückstand hinnehmen müssen. Was ist eure Devise für das letzte Drittel? Ja, jetzt wollen wir weiter gut spielen, die Chancen reinmachen und Überzahl nutzen, wenn wir noch eins kriegen. Richtig, eure Überzahl ist verdammt gefährlich, da seid ihr richtig gut. Die Kölner spielen aber auch eine verdammt starke Unterzahl, sind physisch verdammt stark. Ihr seid eher die spielerisch versierte Mannschaft, physisch nicht ganz auf der Höhe, aber ihr müsst das jetzt spielerisch lösen. Ja, wir müssen jetzt die Tore, Chancen reinmachen und mal schauen, wie es nach dem dritten Drittel steht. Alles klar, ich denke, hier geht es auch um den Gruppensieg. Wer das Spiel hier heute gewinnt, der kann um die Meisterschaft spielen. Also ist das Anreiz genug, ich denke, die Motivation ist hoch und jetzt gilt es, oder? Ja, wir wollen auch ins Finale einziehen und schauen, was wird. Alles klar, super, dann wünsche ich viel Glück. Wir verabschieden uns damit auch in die Drittelpause. Momentan der Stand ist 2 zu 1, beide Mannschaften nur mit vier Mann. Und wir hoffen, dass es genauso weiter geht dann im dritten Drittel. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank. 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 Julien. Kölner Köln. Köln, aber... Jetzt Köln! Köln! Über das Tor! Und Rosenheim muss was machen, wenn sie hier die Titelverteidigung sich holen wollen. Jetzt Rosenheim, in die Mitte, aber schön abgeblockt! Und da muss Reichen nochmal nen Check einstecken. Agara holt sich hier die Scheibe. Wir müssen raus da! Jetzt geht das hier so ein bisschen hin und her. Reichen jetzt. Läuft viel über ihn. War keine Strafe? Ne, war keine Strafe. Wird er wieder zum Fall gebracht. Ich sehe jetzt lange mal, es geht jetzt wechseln. Jetzt! Rosenheim! Und da liegt irgendwas auf dem Eis. Sah für mich aus wie ein Stück Tape. Scheibe ist aus dem Spiel. Aber die Uhr läuft weiter. Ja, die Uhr läuft weiter. Also auf jeden Fall ärgerlich jetzt für die Rosenheimer. Es sind knapp zehn Sekunden hier gewesen, die jetzt einfach so runtergelaufen sind. Ja, das war ganz schlecht von der Zeitnahme. Aber... Na, das ist... ...und frisch. Petersen verliert hier die Scheibe an der roten Linie. Dann... ...und frisch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt Bulli im Drittel der Kölner, Reichen steht er bereit Und der Schiri pfeift schon wieder das Bulli ab Ja der Kölner Trainer hat da clevererweise versucht Einen Wechsel zu vollziehen, aber das war nicht erlaubt Weil das Bulli wiederholt wurde Der hat gerade die Kamera gekriegt, vermutlich das Kabel sitzt da Ja schauen, schauen wir hier weiter Rosenheimer jetzt noch knapp 10,5 Minuten Ja, ja Und jetzt kommt es halt auch drauf an Können sie die Kräfte nochmal mobilisieren Weil wenn sie jetzt nicht gewinnen sollten Sind sie raus im Rennen um die Meisterschaft Ja da geht es nur noch Um den dritten Platz Wie du schon gesagt hast Die Goldene Himbeere Die Kölner Und Glötzl nun Versucht jetzt hier schön zu überspielen Und hat die Scheibe Aber wird dann doch gestoppt vom Verteidiger Schuss, Korben, Glunemann Oh, gibt Rebound, aber Können die Verteidiger sind nicht dran Lanzler versucht es vorzuchecken Petersen Petersen Legt ab in die Mitte Schuss Ah Funktioniert nicht ganz Nun immer noch Petersen hinter dem Tor Rosenheimer legt rein Aber geht dann doch hinterm Tor vorbei Und jetzt die Scheibe ganz tief Ist ein Icing Und das können die Rosenheim eigentlich momentan gar nicht gebrauchen Sie brauchen eigentlich die Scheibe vorne Im Drittel der Kölner Ein schöner Querpass aber kommt nicht an Schuss Trotzdem nochmal Ist aber gefährlich Du hast vollkommen recht Es war sehr sehr gefährlich Weil die Sicht natürlich auch verdeckt war Dann sieht der Torhüter die Scheibe erst sehr sehr spät Jetzt müssen die Rosenheimer langsam mal Die Intensität erhöhen Sie müssen mehr Druck auf das Kölner Tor Erzeugen Um hier nochmal das Spiel zu drehen Ob hier überhaupt nochmal mitzuspielen Denn im Endeffekt liegen sie gerade hinten Mit 2 zu 1 Jetzt können Sie hoch und gehen sie wieder Mit 2 zu 1 2 zu 1 2 zu 1 4 zu 1 4 zu 1 3 zu 1 5 zu 1 4 zu 1 4 zu 1 4 zu 1 4 zu 1 5 zu 1 6 zu 1 5 zu 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und es ist, wir schauen nach, schon das 15. Short-Handed-Goal in der gesamten Saison. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend hier in der WEE-Arena in Bad Tölz. Der Ausgleich 2 zu 2, 47 Sekunden, aber immer noch Überzahl für die Kölner. Also auch für die, für die sind jetzt nochmal extra heiß. Die wollen natürlich dieses Gegentor ungeschehen machen, in dem sie jetzt treffen. Das sieht hier richtig spannend. 5 Minuten 50 noch hier und 33 Sekunden Überzahl. Jetzt kochen hier die Emotionen, die Fans unterstützen die Mannschaften. Ist quasi wie ein Halbfinale. Ja, es ist auf jeden Fall ein Finalspiel um den letzten Platz, um den ersten Platz in dieser Tabelle. Und um den Platz im Finale. Also wie du sagst, schon quasi eine Art Halbfinale. Jetzt, die Scheibe da fußballerisch rausgespielt. Aber das ist eine andere Sportart. Die Kölner, noch 12 Sekunden Überzahl. Klötzl baut nun schön auf. Ja, aber das dauert arg lange. Oh, die Scheibe ist bei Rosenheim. Und die Scheibe geht zum Tor. Gefährlich, gefährlich. Da hätte er vielleicht die Fanghand, aber alles gut. Jetzt, Rosenheim komplett. Die Kölner stehen da zu zweit hinterm Tor. Jetzt übernimmt da Possecki. Und jetzt Rosenheim. Ja, jetzt wird das richtig spannend. Beide Torhüter mussten ja schon zweimal hinter sich greifen, aber jetzt zählt es natürlich. Jetzt muss der Kasten sauber bleiben im restlichen Spielverlauf. Und in der anderen Halle steht es nach dem zweiten Drittel 2-1 für Kaufbeuren gegen Krefeld. Also da holt sich wohl Kaufbeuren. So sieht es jetzt aus den ersten Sieg. Das ist nicht ganz unverdient. Die haben eigentlich ein gutes Turnier gespielt, aber haben natürlich harte Gegner gehabt. Aber jetzt geht es hier weiter. Hier geht es noch um alles. Jetzt, ah gut mitgenommen. Schön, kein Abseits. Schön, da vom Rosenheimer Stürmer aufgepasst. Jetzt Köln mit viel Platz. Rosenheim noch am Wechseln gewesen. Oh, jetzt. Aber die Scheibe kommt noch nicht. Ja, die Scheibe geht weit drüber. Ins Fangnetz. Abgefälscht. Bulli innerhalb. Vorm Tor der Rosenheimer. Vier Minuten 29. Also ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Für mich ein völlig offenes Spiel. Beide Mannschaften konnten Akzente setzen. Vielleicht das Momentum aber auf Seiten der Rosenheimer. Denn durch das Tor in Unterzahl. Das ist immer so ein Ding. Das machst du nicht oft. Das gibt dir Kraft. Du kannst den Gegner damit richtig ärgern. Also ich bin hier oben auf jeden Fall richtig heiß. Aber jetzt sind die Scheibe frei. Schau uns für die Kölner aus. Das ist so knapp. Das war richtig knapp. Angespannte Stimmung hier in der Arena. Ah, da wird die Scheibe irgendwie geblockt von der Rosenheimer Bank. Dementsprechend gibt es Bulli wieder innerhalb. Vier Minuten fünf noch. Und da steht zwei zu zwei. Also kaum zu übertreffen im Vergleich zum Spiel gestern. Im Spiel Tölz gegen Mannheim. Das war ungefähr die gleiche Atmosphäre. Bloß, dass da ein paar mehr Tore gefallen sind. Ja. Also dieses Spiel ist wirklich sehr, sehr eng. Vielleicht noch nicht ganz so torreich wie das Spiel der Mannheimer gegen die Tölzer. Aber das ist ein Tor, ein Schuss, der jedes Spiel entscheiden kann. Jetzt die Kölner im Aufbau. Klötzl. Aber jetzt vielleicht nochmal die Kölner, aber der Schuss wird dann doch abgefälscht und geht links am Tor vorbei. Ja, jetzt wird hier mit Maus und Mann gekämpft. Also da soll keine Scheibe mehr aufs eigene Tor. Rosenheim. Jetzt die Möglichkeit aufzubauen. Könntet da, hättet da hinten, aber... Beide Fernlager natürlich heiß. Sie feuern die Team nochmal an. Ja, beide haben ja einige Leute dabei. Köln ja mit einer bisschen längeren Anreise. Kleine Dummstädter. Sind ja auch schon Freitag losgefahren und die Schüler haben natürlich auch einen Tag frei bekommen von der Schule. Selbstverständlich. Auch eine mehrstündige Fahrt, aber jetzt schauen wir wieder runter. Weißel! In die Mitte! Aber... Maxi Agarer! Jetzt noch frei! Nunemann hält! Danza kommt da komplett frei zum Schuss, aber nochmal die Scheibe! Agarer Rückertschuss, aber nunemann begämpft die Puck unter seiner Fanghand. Was eine Endphase hier. Jetzt geht's hier noch 2 Minuten 24. Bulli gewonnen von Köln. Petersen, Petersen bringt die Scheibe da nicht an. Die Scheibe geht direkt wieder ins Kölner Drittel. Und sie müssen da ja auch bei Klötzl. Auf Petersen, Petersen weiß nicht, was er da macht. Aber Rosenheim wieder sehr aggressives Vorchecking. Jetzt wird er Handpass gepfiffen. Okay. Dann geht's Bulli außerhalb. Handpass der Rosenheimer. Aber auch wieder so eine Unterbrechung, die nicht hätte sein müssen. Ja, aber es steht wohl im Regelwerk, ne? Also du musst den Handpass halt abpfeifen. Und das wäre hier der Fall. Und jetzt geht's weiter. Die letzten 2 Minuten des Spiels laufen jetzt. Also jetzt geht's hier richtig um die Wurst. Also hier gibt es kein Halten mehr. Oh, jetzt gibt's da... Hart! Vorm Tor! Vorm Tor! Vorhin, vorhin wurde wegen sowas eine Strafe gegeben. Jetzt geht der Arm nicht hoch. Also das ist genau das, was wir angesprochen haben. Diese Linie, diese Konsequenz, die sie pfeifen, müssen sie dann durchziehen. Das tun sie nicht. Das ist schwer für die Spieler. Vorhin war es ja auch nur Maxi Agera, der da zugegriffen hat. Aber diesmal waren es ja beide Seiten. Also wenn, dann müssten sie auch auf beiden Seiten die Strafe geben. 1,43. Bulli vorm Rosenheimer Tor. Da bist du richtig verrückt. Jetzt geht's hier wirklich um alles. Kann der Titelverteidiger wieder ins Finale einziehen? Oder können die Kölner Haie den Finalplatz besetzen? Das ist die Frage, die wird jetzt hier in den nächsten anderthalb Minuten geklärt. Hier gibt's eine Strafe jetzt. Und das kann spielentscheidend sein. Da hast du vollkommen recht. Also gegen die Kölner. Dementsprechend große Aufregung auf der Kölner Bank. Der Kapitän muss da glaube ich sogar runter. Wie siehst du es? War das eine Strafe? Ich weiß es nicht. Also hier sind noch eine Minute 30 zu spielen. Es hat sich jetzt kein Spieler verletzt. Lass das laufen. Lass das die Jungs in 5 gegen 5 klären. Aber muss nicht der Kapitän runter. Der beschwert sich nur. Aber wie eben angefangen. Lass das die Jungs klären. Denn jetzt gibst du den Rosenheimer in dein Powerplay. Das ist verdammt stark. Das kann spielentscheidend sein. Andererseits kannst du natürlich argumentieren. Wenn ein Spieler foult, muss er damit rechnen, dass er rausgestellt wird. Also Auszeit, glaube ich, wurde jetzt... Auszeit Rosenheim, wenn ich das richtig gesehen. Da gibt es jetzt nochmal Instruktionen fürs Powerplay. Das haben sie, abgesehen vom ersten, wo das Tor gefallen ist, nicht mehr so unter Kontrolle gebracht. Also die Kölner haben das richtig gut verteidigt. Aber vielleicht hat der Trainer da nochmal eine kleine Idee, die er den Spielern mitgibt. Man weiß es nicht. Zusätzlich müssen die Rosenheimer jetzt auch aufpassen. Köln ja mit 13 Shorthand-Goals in der Liga. Auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, kontergefährlich sind sie ja in Unterzahl. Ich bin gespannt, ob die Kölner das Risiko eingehen werden, hier einen Konter zu laufen. Denn wenn du den Konter läufst und du machst das Ding dann eben nicht, dann läufst du nämlich nochmal den Konter. Und dann sind das zweimal mehr. Ja, also, viel Krach. Jetzt hier richtig wichtig. Wer ist der jetzt auf dem Eis? Das ist Tanzer am Bulli, der das Ding gewinnen soll. Und links neben ihm Max Agara. Ja, Agara und Reichel. Unterbruch wird in dem Drittel gehalten. Ich kann nicht mehr, wirklich. Die Nerven liegen hier blank in der Halle. An die blaue, nach links bis Gottwald. Jetzt Scheibe aber geblockt. Gottwald hat Scheibe wieder in den blauen Spielern. Doppelpass. Krumpe ist das da. Krumpe kriegt wieder die Scheibe, schaut. Die wollen Reichel in die Szene setzen. Und da kommt der Schuss aber geblockt. Gottwald kann die Scheibe aber in den Reihen. Und Gottwald auf Krumpe. Jetzt Reichel frei. Holt zum Schlagschuss aus. Geblockt. Aber der Puck kommt nicht raus. 50 Sekunden. Gottwald. Sehr gefährlich. Legt quer. Auf Krumpe. Krumpe noch mal auf Gottwald. Gottwald auf Krumpe. Krumpe schießt. Ah, links am Tor vorbei. Die Nerven liegen hier blank. Krumpe wieder. Reichel jetzt. Auf Krumpe. Aber geblockt wieder. Von Klötze. Ja, das ist doch hier ein Spiel. Das ist das, was wir wollen. Gottwald. Von Kaltza machte den Porte. Ja, schöner Block von ihm. Aber jetzt müssen die die Scheibe mal rausbringen. Die Beine werden jetzt langsam schwer. 15 Sekunden noch. Ja. Schöner Schuss, aber geblockt. Toto. 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 Gottwald macht das toll. Das ist wohl der Sieg für die Rosenheimer. Zehn Sekunden. Oh, es ist ein schönes Tor. Ich fasse es kaum. Zehn Sekunden im Platz. Vielleicht der Game-Winner. Abwarten. Hier sind noch 10,9 Sekunden zu spielen. Aber die Nerven auf der Kölner Bank. Die liegen blank. Die liegen richtig blank. Die sind sauer. Und der Kölner Trainer nimmt hier eine Auszeit. Jetzt wird wahrscheinlich sofort der Goalie vor dem Eis gehen. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommen kann. Ja, gibt jetzt Bulli in der Neutralzone. Da kannst du den Goalie noch nicht runternehmen. Aber der steht schon ganz weit aus dem Kasten. Rosenheim drauf und dran, die Titelverteidigung möglich zu machen. Jetzt aber die Scheibe in. Rosenheim stellt zwar, zieht da nach hinten. Das war's. Hier Rosenheim geht als Sieger vom Eis. Sie stehen wieder im Finale. Und das ist richtig gut. Aber man muss natürlich auch sagen, die Schiris mit dieser Strafe am Ende großen Einfluss genommen auf das Spiel. Das ist fraglich, ob man das machen muss. Seistrum, das war ein Foul. Man kann es geben. Also alles in Ordnung. Natürlich aber der Frust groß. Die Kölner Spieler wollten hier natürlich ins Finale einziehen. Man muss sagen, dass der Frust einige Spieler kommen da nicht drin. Das ist völlig verständlich. Aber die Freude auf anderer Seite ist natürlich umso größer. Die Rosenheimer können die Titelverteidigung möglich machen. Das ist unglaublich. Das wird Zeit kosten, die Kölner. Das muss man bearbeiten. Natürlich ist das immer schwer. Aber Niederlagen gehören zum Sport dazu. Die machen einen nur noch stärker. Man muss daraus lernen. Und das Powerplay der Rosenheimer, das hat halt wieder zugeschlagen. Das ist unglaublich gefährlich. Das werden wir dann auch im Finale nochmal sehen. Aber faires Handshake bei der Mannschaften. Das ist unglaublich. Die Emotionen kochen. Und mein Kollege, der wird den Game-Winner, der wird Gottwald hier natürlich versuchen, ans Mikrofon zu bekommen. Das wird nicht einfach. Die Jungs, die feiern da an der Bande. Unglaublich. Aber auch ein gutes Turnier, der Kölner. Mit zwei Siegen und einer ganz knappen Niederlage hier. Also ich stehe jetzt hier unten mitten in den jubelnden Rosenheimern. Und ich werde jetzt auch noch Stefan Gottwald bekommen. Stefan, kurz Zeit. Erstmal Glückwunsch natürlich. Sport Deutschland. Erstmal, wie ist das nach so einem Spiel? Ja, unglaublich. Unbeschreiblich. Ja, es gibt eigentlich keine Worte dafür. Glücklich. Einfach nur glücklich. Es war ja über zwei Spiele. Strafzeitentechnisch. Der Schiedsrichter hat sehr viel abgepfiffen. Wie war es mit dem Schiedsrichter? Ja, also aus meiner Sicht eigentlich fast alles vertretbar. Aber ja, wir haben dumme Strafen gemacht. War eigentlich unnötig von uns. Habt ihr da vielleicht auch irgendetwas in der Kabine jetzt besprochen? Weil ihr wart ja bis zur Drittenpause nicht so im Spiel drin? Ja, wir haben einfach Kopf ausschalten, einfach spielen, nicht nervös sein, Schiss aufs Tor. Und dann... Jetzt vielleicht Mission Titelverteidigung? Natürlich, natürlich, ja. Ist es auch intern jetzt genau das Ziel gewesen? Ja, ja. Okay. Was war das Gefühl, nachdem du das Tor geschossen hast? Ja, unbeschreiblich. Einfach überragend. Glücklich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Ja, sehr. Dann sieht's. Ciao. 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 We dürfen sie begrüßen zum Spiel der young-Adler aus Mannheim gegen die Ais-Brand Juniors aus Berlin? Ich glaube eines der traditionsreichsten Spiele gegeneinander. Also diese Mannschaften schenkstig komplett im Nachwuchsbereich gar nichts. Sie sind immer im Kampf um die Meisterschaften. Aber dieses Spiel hat auch noch eine andere Brisanz. In dieser Gruppe ist noch alles möglich, hier kann jeder noch Erster werden, ausgenommen natürlich die DEG, die ist abgeschlagen auf dem letzten Platz, aber fällt es hier zu einem hohen Mannheimer Sieg aus, können sich die Mannheimer genauso Chancen ausrechnen, wie auch wenn Bart Tölz hier hoch gewinnt und Mannheim gewinnt. Das gibt es extrem viele Konstellationen, nur eins ist sicher, wenn Berlin hier das Spiel gewinnt oder einen Punkt holt, dann sind sie Erster, das heißt nur die Berliner haben es selbst in der Hand, alle anderen brauchen irgendwie Schützenhilfe. Die Mannheimer, für die gilt nur eins nach dem gestrigen Spiel, auf jeden Fall wieder Gutmachung, sie müssen als ein Team agieren, die Berliner Mannschaft ist gut, sie sind stark besetzt, Die Mannheimer haben Klasse Einzelspieler, diese gilt es jetzt als ein Team zu formieren und dann muss das Spiel hier gewonnen werden, also nichtsdestotrotz, ein Sieg muss her und deswegen warten wir ab, was die Mannheimer liefern können. Ja, da muss ich dir absolut recht geben, was Mannheim betrifft, sie haben Klasse Einzelspieler, aber das ist jetzt natürlich auch die Aufgabe vom Coach, sie wirklich als Team zu formieren. Weil das, was sie gestern abgeliefert haben, das war zwar gute Einzelleistungen, aber kein Team und das war auch der Grund, warum die Tölzer dann doch gewonnen haben, weil sie einfach kämpferisch als Team gespielt haben. Ich bin gespannt, was das Spiel bringt, die Mannheimer müssen hier von Anfang an auf die Tube drücken, für die gilt es einen hohen Sieg zu erzielen. Denn nur dann haben sie noch Chancen auf den Gruppensieg, aber auch der Kampf um Platz 2 ist ein richtig heißer, also da hat Tölz, die zur Zeit noch Dritter sind, die Chance. Die Mannheimer dürfen hier aber auch nicht allzu hoch verlieren, weil die Tölzer, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, werden einen hohen Sieg gegen Düsseldorf einfahren. Also wird denen ihre Tordifferenz sich deutlich besser. Die Tordifferenz bei Tölz zur Zeit bei minus 1, bei den Adlern, jungen Adlern aus Mannheim ist sie glaube ich bei plus 6. Ne, bei plus 9, Entschuldigung, die Berliner sind bei plus 6. Das heißt, hier ist wirklich alles möglich. Jetzt schauen wir mal, ob die Jungen Adler überhaupt an seinem Team hier spielen, denn das ist Voraussetzung für alles Weitere. Ja, ich muss ja auch wieder, ich kann Ihnen wieder nur zustimmen. Es ist natürlich auch die Aufgabe von dem Kapitän Elias, dass er das Team auch wirklich formt. Er muss als Führungsspieler vorangehen und wenn er anfängt allein zu spielen, dann machen es die anderen auch. Aber wir schauen jetzt hier erstmal aufs Spiel. Mannheim gewinnt das Bulli, spielt hintenrum über Tuchel. Tuchel bringt die Scheiben nach vorne und da ist der gerade der angesprochene Elias, der zieht über die rechte Seite, ist verdammt schnell, zieht nach innen. Findet aber keinen Anspielpartner, aber wenigstens hat er es versucht. Tuchel, Schuss kommt. Aber wir halten. Mannheim kommt hier mit Dampf in den ersten Wechsel, die Scheibe kommt nicht an. So, jetzt die Berliner, auch die, jetzt schnell und... Gleich mal in die Mitte. Das war nur in der Kellenlänge. Dann schlägt sie ein zum 0-1. Die Mannheim mit Zamanski. Zamanski legt hier schön zurück, aber nicht genau genug. Und nun die Berliner, versuchen sich jetzt hier zu befreien. Ein paar schöne abgelaufen hier. Und jetzt könnte es schnell gehen. Jetzt die Jungen... Aber der Fehlpass und die Berliner. Das macht Spaß auch mehr. Das waren zwei gute Wechsel bei der Teams. Jetzt im Tor Luca Gantz. Der hätte den Vorzug vor Jonas Vogt erhält. Auf Seiten der Mannheim. Ah, gefährlicher Schuss! Gestern war ja Jonas Vogt im Tor gegen Tölz. Ja, der hat da siebenmal hinter sich langen dürfen. Also war das auch nicht ganz... Kein lustiger Arbeitstag für ihn. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt die Scheibe aber geblockt nochmal. Schuster wartet an der Blauen. Jetzt vielleicht Platz. Aber der Schläger gebrochen. Janis Kälble braucht da ein neues Arbeitsgerät. Die ersten zwei Minuten, die waren richtig flott. Und jetzt die Scheibe rutscht ja über die Blaue. Und sie gehen nach. Also bisher wirklich ein sehr interessantes Spiel. Was heute auffällt, die Jungadler spielen mit allen Reihen. Also auch die Reihe um Philipp Hecht bekommt die Einsätze. War ja gestern nicht, so da hat man fast nur mit zweieinhalb Reihen gespielt. So, jetzt aber wieder der Kapitän. Florian Elias. Ist da jetzt auf dem Eis. Will das Bulli gewinnen, aber kann das nicht. Die Bedingende können abschließen. Der Schuss aber geblockt. Schöner Block von Elias. Aber jetzt müssen die Jungadler neu aufbauen. Das tun sie über... Aber der hat da Probleme. Er hat jetzt die Scheibe wieder. Oh, schöner. Checkt er von ihm. Und da rennen sich zwei Mannheimer. Über den Haufen. Samanski und Florian Elias waren das. Da hat die Absprache nicht so ganz gestimmt. So, jetzt. Der Punkt wieder hinter dem Mannheimer Tor. Ah, jetzt fehlpasst. Das kann hinten... Da kann Elias die Scheibe irgendwie blocken. Die Scheibe geht über die Blaue. Das heißt, müssen alle aus dem Drittel draußen. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt können sie ihn neu aufbauen. Die 13 tippt die Scheibe tief. Berlin geht wechseln. Berlin ja dieses aggressive Vorchecking. Hat man ja in den ersten Spielen schon gesehen. Glaubst du, sie werden es heute gegen Mannheim weitermachen, oder? Sie werden schon vorsichtiger sein. Die Mannheim haben schnelles Spieler in ihren Reihen. Aber ja, du musst natürlich. Also eine Mannschaft wie Mannheim, die musst du ärgern. Ja, hier steht es jetzt nach knapp vier Minuten immer noch 0-0. Aber das Spiel ist richtig schnell. Da geht es hin und her. Jede Mannschaft hat da Zeit, Eindrücke zu hinterlassen. Und jetzt die Berliner mit einem guten verdeckten Schuss da. Und der Nummer 10, das ist Paul Fabian. Aber Luca Gans hält. So, jetzt pull ich wieder vor Luca Gans. So, jetzt die junge Adler. Stuhlwasser, jetzt aber Hazard. Zwei auf eins, zwei auf zwei. Das ist wieder etwas eigensinnig. Da kann man querlegen. Aber hat er auch gut geblockt hier die Scheibe der Verteidiger. Ja, der macht sich lang, der Berliner. Ja, der macht sich sehr schön lang. Ja, Philipp Hecht jetzt beim Bulli. Oh, jetzt sind die mit den Berliner freien. Das Merkler verteidigt. Oh, schön geblockt von Philipp Hecht. Jetzt geht es in die andere Richtung. Hecht vergisst ja die Scheibe aber jetzt. Hätte der Berliner da vielleicht ein Tickchen früher abspielen müssen? Ja, schwer. Block kommt spontan da, ganz schnell. Aber natürlich, der Schuss wurde geblockt, der Pass. Und dann hättest du früher abspielen müssen. Aber jetzt ist der 25, geht er nach. Das ist Till Stork. Aber sie können die Scheibe nicht drin halten. Puck nun an der Bande, schöner Check. Jetzt kommt wieder die erste Reihe aufs Eis. Da ist Zermanski schon drauf. Jetzt wird Elias nachkommen. Jawohl, das ist der Fall. Und jetzt gibt es viel Platz. Viel Platz. Müssen da schneller abziehen. Das hat etwas lange gedauert. Der muss hier vollkommen recht geben. Da muss er doch direkt abziehen. Muss doch das Gewühl vor dem Tor ausnutzen. Das war ordentlich Spaß. Aber sie können es sich ändern. Hier steht es 0-0. Aber sie zeigen klaren Zug zum Tor. Viel Abschlüsse auf Seiten der Mannheimer. Jetzt. Oh, das kann man pfeifen. Arm geht nicht hoch. Ich glaube, wir haben jetzt auch andere Schiedsrichter. Die wechseln jedes Spiel. So, jetzt. Fehlpass von Florian Elias. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Und vom Linesman. Mannheimer haben jetzt hier das Bulli. Aber die Berliner machen weiter mit ihrem aggressiven Vorchecking und können dann auch die Mannheimer unter Druck setzen. Tuchel. Tuchel spielt nun über Bande. Aber der Pass wird abgefangen. Fleischmann. Spielt nun hinter. Schuss kommt. Abgefälscht. Und da gibt es kleine Rangeleien. Puck war zwar noch frei. Und das war es. Die Nummer 13 der Berliner. Ihr, ihr Fleischmann. Der hier eigentlich einetzen hätte können, weil der Puck nicht vom Torhüter überdeckt wurde. Überdeckt wurde. Aber der Schiedsrichter hatte natürlich keinen Blick mehr auf den Puck und deswegen musste er auch abpfeifen. So, jetzt die Junghantler müssen da neue aufbauen. Das tut Pilu oder ist gefährlich, aber klappt. Und jetzt muss ich den Kopf hochheben. Den Anspielpartner suchen. Jetzt an der blauen. Kannst du abziehen. Aber geblockt von den Berliner. Ja und das nächste Spiel, das ist hier ganz wichtig für die Jungs. Das startet. Das ist nämlich DEG gegen die Tölzer Buben. Gegen Bad Tölz. Und Tölz kann da auch noch, wenn Berlin hier verliert, ins Finale einziehen. Du sagst es, wenn sie verlieren, aber dafür müssen sie erst mal verlieren und das fordert dann auch den Mitzug von den Adlern. Weil sonst heißt das Finale Rosenheim gegen Berlin. Jetzt die Berliner richtig abgeklärt da in ihrem Verteidigungsdrittel. Die Jungadler bauen neu auf. Alles. War jetzt nicht so gut. Scheibe da gleich wieder weg. Schöner Check. Schön rüber gespielt jetzt. Scheibe kommt in die Mitte. Das ist Luigi Kalsche gewesen. Schuss kommt. Genau. Pulli. Jetzt die Jungadler müssen dann neu aufbauen. Tun das in der neutralen Zone, aber das klappt nicht so recht. Aber man merkt echt, dass dieses Abspiel unter den Adlern nicht ganz passt. Nee. Jetzt vielleicht. Schuss. Geblockt. Nächster Schuss. Aber kein Tor. Sofort der Verteidiger dazwischen. Wirklich ein sehr enges und ein sehr schnelles Spiel. Elias versucht da die Scheibe tief zu bringen. Die Jungadler. Die Scheibe an der Blauen. Geht in die Rundung. Jetzt müssen sie aufpassen, dass das Ding nicht durchrutscht. Jetzt vielleicht. Der Torschütze Dominik Zabranski schiebt ein. 2-2-0. Nach knapp neun Minuten. Das heißt, da ist noch genug Zeit. Es gilt jetzt, daran ganz schnell anzusetzen. Aber das war wichtig, dass sie den ersten Schritt machen. Und man sieht ja, sie haben jetzt deutlich besser zusammengespielt als gestern. Geht natürlich noch ein Stück besser. Aber da sieht man, dass da auch was bei rauskommt. Jetzt die Jungadler. Berlin natürlich. Die wollen das Ding selbst entscheiden. Nun der jüngere Bruder der Elias. Beide sehr Geschwister. Jüngere gerade mal 13 Jahre alt. Aber nun jetzt vielleicht 2 auf 1. Rüber gespielt, aber reicht nicht ganz. Ja, da muss Elias vielleicht den Schritt nach innen machen, aber vorbei. Pilo Schöner-Check. Jetzt Moritz Elias. Aber Scheibe weg. Das spielt er nicht gut. Das spielt er zu eigensinnig. Die 24. Simon Stuhlwasser. Jetzt im Aufbau-Fehlpass. Jetzt. Hase. Oh! Legt er das Ding einfach mal durch die Beine? Jetzt. Die Jungadler. Pilu baut auf. Bringt die Scheibe in die Rundung. Jetzt muss da Kelplen nach. Der hat mittlerweile sein neues Arbeitsgerät in der Hand. Das ist natürlich doppelt ärgerlich, wenn so ein Schläger bricht. Also ein Schläger ist ja auch nicht gerade billig. Pilu jetzt im Vorcheck. Und die Jungadler-Gena. Das finden sie jetzt. Das kostet viel Kraft. Kelplen. Aufpassen, aufpassen. Krenzlin. Oh, schöner Check. Den Hebel, der macht richtig aus. Wird härter, die Partie. Philipp Esch, großgewachsener Spieler. Der muss sich da jetzt durchsetzen. Bringt die Scheibe zum Tor. Aber geblockt. Jetzt Luigi Kalsche. Die Scheibe bleibt im Drittel der Berliner. Sehr schön. Dieses Vorchecking von Mannheim ist auch nicht gerade effizienzlos. Also sie kriegen schon die Scheibe und die Gegner unter Druck. Und erst mal wieder Berlin. Das macht er artistisch da. Der Florian Elias. Da chipt er dreimal die Scheibe auf der Kelle hoch. Aber hat nichts gebracht. Jetzt ist er frei. Und jetzt muss schnell gehen. Samanski. Ah, die Scheibe kommt nicht an. Da wollte er zu viel. Ja, da war aber auch der Raum sehr, sehr eng. Scheibe tief. Das gibt kein Icing. Ist ausgewunken. Somit dürfen die Jungadler wechseln. Jetzt vielleicht Elias. Oh, viel zu hoch. Viel zu hoch. Und jetzt die Cotter-Möglichkeit. Aber aufgepasst. Puck bleibt da hängen an der Mittellinie. Nun Moritz Elias auf dem Eis. Werfen wir mal kurz einen Blick auf ihn. Ist er mit das Küken in der Mannschaft? Mit gerade mal 13 Jahren. Ist er wirklich der Youngster? Jetzt die Jungadler. Da, da, viel gewuselt vom Tor. Die Berliner haben da noch ein bisschen Kontrolle, wenn man das so nennen kann. Aber viel Druck. Viel Druck kriegen sie. Scheibe da jetzt. Das macht dann zu. Eigen Sie nicht. Da waren zwei Mann an der Blauen frei. Kann er ablegen. Berlin jetzt mal über die linke Seite. Schuss kommt. Und sofort geblockt. Nummer 1. Jetzt die Berliner. Ja, die Scheibe da sofort geblockt. Ja, das ist schon ein Bild, wenn der Hecht neben dem Kalzschuh steht, der ist dann doch nochmal drei Köppen größer, wenn es reicht. Oh, jetzt sitzt er gefährlich. Da kommt die Scheibe ganz ungünstig aus der Wand. Und jetzt die Berliner, Scheibe an den blauen, linker Pullikreis, Schuss, aber geplockt. Jetzt, schöner Pass da. Samanski in der Mitte frei. Ah, kann ich abfälschen, schade. Und Florian Elias hat die Scheibe, aber wird da sofort bearbeitet. Muss da vielleicht früher abspielen. Das ist auffällig, dass die Junge hat da oft mal zu lange zögern. Jetzt die Berliner müssen warten, da war noch ein Stürmer in der Zone. Oh, nochmal nach hinten gespielt. Jetzt die Hardline aufbaut. Die machen gut Druck, die Billett checken damit drei Mann vor. Jetzt. Die Junge hat da hinten am Tor. Die Scheibe zwei Mann checken davor. Der Junge Moritz Elias, Wulta querlegen. Oh, der ist vielleicht. Viel Platz, viel Platz. Aber die Scheibe, warum spielt er die denn da hin? Und der passt, den kann man sich schenken. Und jetzt Berlin, aber aufgepasst von Tuchel. Jetzt auf der linken Seite. Viel Platz, viel Platz. Macht den Move, warum schießt der nicht einfach? Berlin wieder. Oh, schöner Move auf den kurzen Pfosten. Scheibe ist eingeklemmt. Alles passt. Hazard beim Bulli, der muss das gewinnen. 1,37 vor Ende des Drittels. Aber verliert es. Berlin im Punktbesitz. Schöner Check da. Auch da wieder ein kleiner Körperkontakt. Oh, jetzt in der Mitte war da was freier, aber nicht anspielbar gewesen. Sie haben wohl, passt da auf in der Mitte. Die Berliner müssen da auch rumfahren in seinen Rücken. Aber richtig gut da. Verteidigt. Au. Da rutscht Hazard die Scheibe über die Kelle. Und das wird fast gefährlich. Hazard jetzt. Im Zweikampf. Gut. Aber Berlin immer noch im Punktbesitz. Scheibe geht zum Tor. Jetzt hinterm Tor, neben dem Tor. Viel Platz jetzt. Aber da ist die Strafe angezeigt gegen Mannheim. Jetzt der Bauerndrick versucht. So, hier gibt es Powerplay jetzt. Für die Berliner. 31,5 Sekunden haben sie noch Zeit. Da bin ich gespannt, wie das gestaltet wird. So, das Bulli geht nach Berlin. Und jetzt aber die Scheibe raus. Das ist gut. 20 Sekunden jetzt noch knapp in dem Drittel auf der Uhr. Nur 1,0. Aber ein 1,0. Scheibe wieder rausgebracht. Drittel ist rum. Und mit dem Ende des ersten Drittels startet auch das Spiel von Bad Tölz gegen die DEG. Ein ganz wichtiges Spiel. Tölz muss da einen hohen Sieg einfahren, um sich noch Chancen auf den Gruppensieg ausrechnen zu können. Bisher steht alles ganz gut. Die Berliner liegen hinten. Aber die werden alles daran setzen. Denn mit einem Sieg, da können sie das Spiel drehen. Und sind Erster in der Tabelle und spielen im Finale. Dann gegen Rosenheim. Also ich stehe jetzt hier unten neben mir der Goalie der Eisbären. Erner, wie geht es dir jetzt nach dem ersten Drittel? Ja, eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt anfangen, unsere Chancen zu nutzen. Und ja, wird noch ein spannendes Spiel, denke ich mal. Das hoffen wir auch, dass es spannend wird. Woran glaubst du, hat es gelegen? Legt ihr jetzt 1,0 zurück? Ja, aber keine Ahnung. Kann man nicht genau so sagen. Das ist Hockey. Vielleicht hat ein bisschen Pech, war dabei. Aber ansonsten, wir spielen jetzt unser Spiel weiter. Und dann wird das was. Ihr müsst ja mindestens einen Punkt holen, dann seid ihr Gruppensieger. Wie schaut es aus? Wollt ihr? Ja, natürlich wollen wir. Wir wollen eigentlich alle drei Punkte gleich. Und dann das nächste Spiel auch gewinnen. Und dann mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Okay, Titelverteidiger Rosenheim steht ja schon sicher im Finale. Irgendwie eine Einschätzung dazu? Ähm, nee, noch nicht. Wir werden einfach unser Spiel spielen, alles geben. Und dann wird das was. Du sagst, ihr werdet euer Spiel spielen. Habt ihr da eine spezielle Taktik? Stellt ihr euch auf den Gegner ein? Ähm, ja. Wir haben immer unsere Keypoints. Daran halten wir uns. Und dann spielen wir immer unser Spiel und geben alles. Es ist ja fast schon wie ein Traditionsduell jetzt unter Schülern. Mannheim, Berlin, wie war da die Stimmung davor? Ja, die Stimmung war sehr gut. Ja. Okay, ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch viel Glück. Dankeschön. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Ja, man kann die Spannung spüren. Ja, man kann die Spannung spüren. Vielen Dank. Ja, man kann die Spannung spüren. Ja, man kann die Spannung. Die Spannung. Die Spannung. Ja, man kann 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 die Spannung. Und Elias legt zurück, die Scheibe kommt sogar über Umweg an, aber der Schuss geht dann doch recht deutlich rechts am Tor vorbei, zum Meiterkapitärin Florian Elias legt Schiene passt, aber ich dachte schon die Scheibe wäre im Netz, aber da kommt Ulmer irgendwie noch mit der rechten Schiene ran und das ist Elias, legt schön zurück, aber super gemacht von Elias, da hat es wohl mal schön den Mitspieler gesehen, aber jetzt gilt es endlich nochmal ein Tor zu erzielen. Die Adler können sich mittlerweile gut gegen die Eisbären halten, können das Fortchecking der Eisbären gut überspielen und sind dann natürlich auch sehr gefährlich vorm Tor. Nun Elias zu Elias, die beiden Brüder. Ah, schade. Florian zu Moritz. Jetzt die Berliner mit bisschen Druck. den sie aufbauen können aufs Mannheimer Tor, aber sofort sind da die Mannheimer Spieler da und wollen den Punkt drehen. Jetzt Schlagschuss, aber gehalten. Boah, der kleine Unstimmigkeit zwischen Verteidiger und Skor war. Bis sonst steht er völlig frei. Schuss, aber geblockt. Jetzt vielleicht, aber verspringt die Scheibe, Kälble. Da gibt es heiteres Spielerrutschen. Oh, jetzt Fehler! Rieselrutschen hat schon wirklich kein Rechtshautor vorbei von der Nummer 10. Fabian Paul hat ja die Rieseljogs einzunähtzen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass ihnen das nicht teuer zu stehen kommt. Kälble macht das gut. Schöner Kampf, Wille. Also. Jetzt werden sie ein neuer aufbauen. Paul Fabian bringt die Scheibe rein. Jetzt Kälble muss die Scheibe, kann sie nicht rausspitzeln. Fällt da auch beim Check, das kostet wieder Zeit. Jetzt die Berliner gehalten, aber Rebound da. Und der Blau nie ganz viel Platz. Und da kommt der Pass in den Slot und die Berliner können die Scheibe halten. Wieder hoch und geblockt. Achtung! Noch ein Safe, ja. Luca Gantz steht jetzt ganz schön unter Drück. Das ist klar, das ist riesen Tumult vor seinem Tor. Jetzt vielleicht. Eine Chance, aber zu verspielt. Sie haben, boah, ne, Entschuldigung, die 23. Das ist Justus Schmidt. Jetzt Sie haben, boah, aufs Eis. Jetzt schöne, zwei auf eins. Philipp Hecht. Philipp Hecht. Warum passt denn denn da nicht rüber? Im Slot steht er völlig frei. Und da behakt, er ist der Sohn von der Legende aus Mannheim, von Jochen Hecht. Aber der kann natürlich heute nicht hier sein. Der muss heute mit den Adler Mannheim in Ingolstadt ran. Ist er ja vor zwei Jahren vom aktiven Spieler auf die Trainerbank gewechselt. Aber jetzt geht's hier weiter. Lorin Elias verliert das Bulli, aber hat jetzt noch die Scheibe. Kann abliegen! Lass den Ziffer! Kein Tor, sofort angezeigt. Das war eine Top-Chance. Er hat jetzt die Scheibe tief gebracht. Gibt da keine Eising, verstehe ich nicht ganz, weil... War für mich schon Eising. Aber egal, weiter geht's. Oh, jetzt Fehlpass! Der Bringer, aber sofort der Schuss geblockt. Sie spielen besser als Mannschaft. Das ist noch lange nicht gut, aber es ist besser. Ja, man sieht die Verzweiflung im Gesicht von Daniel Wiesner. Der Mann mit der Nummer 15. Fährt jetzt enttäuscht runter. Er ist ja der Topscorer, der Berliner. Bisher konnte er seine Scoring-Liste, seine Punkte standen nicht weiter erhöhen. Zumindest nicht in diesem Spiel. Jetzt die jungen Adler. Kriegen da richtig Druck, ja? Berlin hat damals das Vorchecken ein bisschen umgestattet. Ne, jetzt checken sie wieder mit drei Mann vor. Jetzt hinter dem Mannheimer Tor. Die Berliner Schuss kommt in den Slot! Aber Moritz Elias passt da auf. Ja, da sieht man selten, dass die Scheibe von der Bank wieder aufs Eis kommt. Das soll wohl Unglück bringen. Die Leute, die dem Aberglauben verfallen sind, die werden da jetzt fluchen. Aber hier geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, was die Mannheimer hier im offensiven Bulli leisten können. Bulli auf jeden Fall mal gewonnen an die blaue Linie. Hazard checkt er gut vor. Die langen Pässe der Berliner kommen ja in dem Spiel nicht genauso an, wie sie es sollen. Ne, da haben sie Probleme, ja. Das hat sie ausgemacht im Laufe des Turniers. Aber auch der kam wieder nicht an. Oh, aber da rutscht der Mannheimer weg. Schöner, harter Pass. Abgelegt, Schuss! Fangen wir safe. Das ist nicht schlecht, was sie machen. Daniel Wiesner, die Scheibe. Spielt sie lang. Schön zurückgelegt, Schuss kommt. Aber gehalten. Und jetzt Kaltsche, der auf Hecht ablegen kann. Der ist durch, aber weitaus noch. Armer Schöner, Schuss! Auf die Maske! Ah, schade jetzt. Da müssten die Verteidiger der Mannheimer schon tief gehen, weil da zwei Stürmer der Berliner sich sehr hoch gestellt haben. Ah, jetzt. Jetzt vielleicht ins Lot, aber jetzt Rückert. Ah, aber vorbei. Am Tor von Gio Ulmer. Jetzt nochmal. Ah, die Scheibe. Was bringt da etwas? Pilu, Pilu, der hat einen guten Bums. Samanski. Samanski, der findet keine Anspielstation. Jetzt an die blaue Linie. Jetzt hochgespielt. Ah, abgefälscht, aber gehalten. Separat in der zweiten Eishalle führen ja die Tölzler Löwen mittlerweile 4 zu 0. Es ist nach dem ersten Drittel, also es ist jetzt gerade Drittelpause. Ja, und das 4 zu 0 nach dem ersten Drittel, das kann richtig gefährlich werden. Also, die Berliner, wenn sie hier verlieren, dann kommt das echt auf die Tordifferenz an. Und das, wenn das so weitergeht. Aber jetzt erstmal jedes 3 auf 2. Wiesner Daniel spielt rechts rüber. Schön quergelegt in den Slot, aber da fehlt es dann doch. Nur ein schöner Pass, aber reicht nicht ganz. Nächster Schuss, aber... Und nächster Safe auch. Aber schöner Check hier. Jetzt wird es schnell gehen. 3 auf 1, aber die Scheibe verspringt. Pokerzintertor von Ulmer. Ich bin in die Scheibe tief, aber wird geblockt. Scheibe wieder raus, kein Icing angezeigt. Jetzt ist die Mannheimer. Jetzt ist die Mannheimer Chance. Aber es haben uns geblockt. Oh, da kracht er aber in die Wanderei, links unten. Ja, zur Zeit hat sich noch nichts an der Tabelle geändert. Das heißt, die Eisbären immer noch Tabellenführer. Vor den jungen Adlern aus Mannheim. Und der Eteba Tölz auf Platz 3. Aber ich bin mir sicher, da wird sich noch was tun. Jetzt ist die Berliner mit einem Schuss. Den sieht er spät, aber hat da Luca Gantz. Ja, ein Tor kann hier alles umwerfen. Bei einem Tor, der Mannheimer sind die Tabellenführer aktuell. Aber der Eteba Tölz, der wird nachlegen. Der wird das 4-0 erhöhen. Die werden volle Power spielen. Ja, und das müssen sie auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tölz ist auch, eigentlich hatten wir gedacht, wäre ein Außenseiter, aber die spielen hier ein klasses Turnier. Und es wäre auch sehr verdient, wenn sie ins Finale kommen. Und es wäre auch sehr verdient, wenn sie ins Finale kommen. Jetzt die Berliner in den blauen Schuss kommt, aber geblockt. Jetzt kann da Florian Elias die Scheibe, aber das war kein guter Pass. Aber Scheibe noch im Drittel der Berliner. Oh, Fehler! Jetzt 2 auf 2, wenn es schnell geht, aber gut verteidigt hier. Jetzt vielleicht die Chance, Samanski! Den muss er machen! Den muss er machen, der Kapitän, der junge Adler. Das weiß er selbst. Den muss er machen. Samanski legt am Muster gültig ab. Aber Elias scheitert an Gio Ulmer. Jetzt vielleicht noch mal die Chance. Und wieder ein Zähm! Und Ulmer! Jetzt noch mal alle! Scheibe weiter im Drittel der Berliner. Scheibe geht noch nicht zum Tor. Ah, schöner Safe! Zu eigensinnig! Vorhin Moritz Elias da war. Sein Außenschirm war frei, aber... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben sie dann die Chance. Scheibe rutscht an, Freund und Feind vorbei. Jetzt die junge Adler aufbauen. Gut gemacht. Harter Check, den da Paul Fabian einstecken muss. Abseits angezeigt. Noch 2,35. 35. 35. 35. 35. 35. So, jetzt die junge Adlersmannheim. 2 auf 1. Arme gehalten von Cihulma. Für mich der Torhüter des Turniers. Ein richtig klasse Mann. Jetzt. Kann Berlin vielleicht kontern. Schön gespielt, aber abseits. Jetzt. Jetzt die Chance. Er kriegt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Florian Elias, der Kapitän. Hat da irgendwie Probleme gehabt. Ist nicht sein Turnier bis jetzt, was die Punkteausbeute betrifft. Die Scheibe geht ins Netz und ich würde sagen, das war nicht abgefällig. Jawohl, da gibt es zwei Minuten Überzahl jetzt für die junge Adler aus Mannheim. Tuchel kommt aufs Eis. Tjambor. Der hat einen richtig harten Schuss. Das wird spannend. Elias steht da typischerweise an der blauen Linie. Und Samanski nimmt das Bulli. Aber die junge Adler können das physisch sein, aber schön von Elias gesehen. Jetzt Tuchel abziehen, aber kein Tor. Jetzt müssen sie aufpassen. Nur in Elias. Ja, der läuft das gut ab. Aber fällt da fast. Das wurde mir nochmal gefällt. Ein schöner Doppelpass. Hier gibt es kein Halten mehr. Eine Minute noch. An die blaue gespielt. Samanski. Ah, das war kein guter Pass. Jetzt Tuchel. Tuchel. Zu Elias. Der muss abziehen. Aber Schuss geblockt. Tuchel wieder. Auf Elias. Lungen Elias rüber. Zu Samanski. Samanski zieht ab. Fuck and safe. Eiskalt. Von Gio Ulmer. Ja, jetzt bleiben die Jungs auf dem Eis. 29 Sekunden noch. Jetzt können Sie das Bulli gewinnen. Schreibe zu Elias an die blaue. Und der Spiel legt ab auf Samanski. Und der Pass war geblockt. Florian Elias. Der Kapitän. Jetzt vielleicht. Können abgelegt. Er ist da drehen angekommen in dem Überzahl. Jetzt Schuss. Aber wie das. Oh, nee. Scheibe frei. Das war ein Ende des zweiten Drittels. Unglaublich. Aber kein Tor. Wir starten mit 30 Sekunden Überzahl ins dritte Drittel. Die Jungen Adler sind hier drauf und dran. Sie geben alles. Ich darf abgeben an meinen Kollegen, der den Goalie der Jungen Adler interviewen darf. Servus. Ja, geht nicht. Ja, also bei mir steht jetzt Luca Gantz. Erstmal, wie geht's dir? Gut. Sorry. Ihr führt jetzt gerade 1-0. Wie ist der Plan? Ja, wir gehen jetzt nochmal offensiv und müssen zwei Tore schießen, dass wir ins Finale kommen. Okay. Drüben auf der anderen Einsichtsläche steht es 4-0 für Tölz. Was heißt das für euch? Solange die nicht bis acht Tore schießen, ist es okay für uns. Okay. Wie schaut's aus? Wie wollt ihr die Berliner bezwingen? Ist ja schon eine starke Mannschaft. Ja, viele Schüsse zum Tor und auch Rebound spielen. Okay. Aber schon mal taktisch. Sehr clever. Bisher zu 0. Wie soll's ausgehen? Eigentlich 3-0 müsste ausgehen. Okay. Weitere Planung für's Turnier? Ja, das Spiel gewinnen und dann ins Finale kommen wir uns auch gewinnen. Wenn wir von Finale sprechen, Rosenheim, der Finalgegner, irgendwie schon mal analysiert? Ja, das ist die erste Reihe sehr stark, der Reichel und der Danzer, da müssen wir aufpassen auf die beiden. Okay, aber du willst es natürlich bestmöglich verhindern. Ich wünsche dir viel Glück für den weiteren Turnierverlauf. Danke. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 kultur das war ganz knapp aber ein ungenauer pass scheibe gesehen von luka ganz aber ahhh pilu verlässt nicht auch den verteidiger und er hat das nicht mitgekriegt jetzt angriff der hat er sich den falschen ausgesucht er war eine ecke härter jetzt die berliner im angriff rückanschuss aber ganz sicher gesaved luka ganze auch in der drittelpause hat er mir gesagt er möchte auf jeden fall den shootout heute gegen berlin haben das ist wichtig wenn er den shootout holt dann setzt er die weichen schon mal richtung richtung sieg dann liegt es nur noch an seinen vorderleuten wie viele tore sie schießen und dann ist der traum da die hoffnung die chance auf jeden fall auf ein sag mal in anführungszeichen medaillen platz da das heißt unter den top 3 schöner block da jetzt jetzt schuster muss das spiel aufbauen kälble dann ist kälble scheibe zum tor kälble scheibe springt er noch mal vor ihm auf sicher gehalten jetzt aber sauber geblockt die berliner arbeiten richtig gut nach hinten lassen da ganz wenig zu und wenn sie was zulassen dann werfen sie sich da auch rein jetzt ist das philipp hecht kälble scheibe aber das spielt keiner zu ihm der war komplett frei im slot das war ganz eng der schiri aber kein tor angezeigt da lag die scheibe neben dem goalie aber weiter geht's natürlich darf ja auch noch die nächste mitteilung aus der anderen halle bringen es steht 70 70 und es kommt die scheibe in die mitte das bedeutet dass man einem trotz sieg zurzeit auf dem dritten tabellenplatz ist sie müssen nachlegen und ich sag dir eins wenn man jetzt zum 200 erhöht dann wird sie richtig kriminell denn dann haben alle eine tor differenz von plus sechs und da muss man richtig viel rechnen aber wir warten ab wir warten ab bis dieses spiel durch ist die jungadler kommen dann nicht durch die neutrale zone scheibe bei luka ganz dort kriegt der verteidiger viel druck der berliner assistenzkapitän jetzt in der mitte platz vielleicht in der mitte steht ach ach jetzt morselius bringt die scheibe wieder hinter das tor da wird es richtig eng jetzt vielleicht aber an die blaue abgezogen und wieder geblockt scheibe noch im drittel der berliner und jetzt oh wenn sie das sauber spielen laufen sie 3 auf 1 pilu muss abspielen jawohl und jetzt muss nach vorne gehen ist wieder elias an der scheibe verliert sie aber an der bande und jetzt könnte schnell gehen 2 auf 1 2 auf 1 für die berliner aber die scheibe rauscht da durch den Torraum und jetzt der Mannheimer Glück dass hier kein berliner Schläger dazwischen ist Wiesner verliert sie die scheibe an der blauen Linie Puck kommt tief ja Simon Stowasser jetzt im Aufbau über Kälble aber der kriegt die scheibe nicht mehr aus dem eigenen drilliert die Lieder komplett frei über Kälble und jetzt steht das Stadion Kopf Ja, jetzt wirft das die Tabelle komplett über den Aum. Berlin jetzt ganz klar Tabellenführer. Wenn man davon ausgeht, dass sie einen Punkt holen, nicht vom Thron zu schubsen. Und das ist jetzt ganz, ganz bitter für Mannheim. Jetzt gilt es, eine Antwort zu zeigen. Und zwar eine schnelle. Denn man kann natürlich auch die Berliner ärgern. Gewinnt man hier. Tölz ist dabei, hoch zu gewinnen. Dann wird Tölz erster und Berliner zweiter. Berlin spielt das jetzt immer schön mit einem hohen Stürmer. Jetzt vielleicht. Oh, da kommt er. Oh, macht das schön. Blick hier schön auf die Rückkarte, aber der Schuss ist dann doch eher ungefährlich. Das war richtig schön gemacht. Mannheim, aber das ist... Der Mannheim geht weit und gibt Eisding. Kein Wechsel, der Mannheimer. Ja. 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 Ja, dieses Gegentor nimmt natürlich auch ein Stück Weltspannung aus dem Spiel, aber die Junghardler werden alles dafür tun die Spannung wieder deutlich zu erhöhen Jetzt in Person der ersten Reihe Oh, jetzt Fehler in der Hintermannschaft, aber Jetzt geht es wieder Aber nein, das Vorchecking von den Berliner Angezeigte Strafe Puck immer noch im Besitz, aber jetzt gibt es die Strafe für die Mannheimer Ja gut, der muss ja glaube ich raus, oder? Nee, nee, der Kapitän Florian Elias darf da 2 Minuten sich abkühlen Natürlich der Frust ist groß Ja, aber das bringt dem Team nichts da Als Kapitän da vor allem so eine Strafe zu ziehen ist natürlich immer doof Jetzt Powerplay der Berliner Ich bin auf Armut Ich bin auf Armut Legt den Schütz rück Schuss kommt Bielen eine schöne weite Box da in unterzahl Aber das ist ein schöner Check Alles sauber Jetzt vielleicht Au! Das dauert dann zu lang aus Berlin Das hat aber jetzt Gehalten Kein Tor Nein Jetzt geht's Bulli Von Mannheimer Kasten Von Mannheimer Kasten Von Mannheimer Kasten Am Tor vorbei Und die Scheibe bleibt Die Scheibe war raus Ja, und ist auch abseits Hast du gut gesehen, Julian? Ja, muss man loben Die Linesmen machen da einen guten Job Bisher habe ich da noch keine grobe Fehlentscheidung ausmachen können Jetzt noch 45 Sekunden Der Mannheimer Strafe Die Eisbären bauen auf Bringt die Scheibe tief Aber die springt nicht so weit Stobasser versucht die Scheibe Aber ne, die bleibt drin Wiesner, ja Stobasser, Scheibe raus Das ist ganz wichtig Bloß kein Gegentor Kriegen hier Ja, jetzt Sind wir an dem Punkt eingelangt, dass wenn Berlin dieses Spiel verliert Sie nur noch Zweiter sind Ich muss korrigieren, wenn Berlin natürlich keine Punkte holt Wenn sie in Overtime bzw. Shootout verlieren Haben sie ja einen Punkt und sind klarer Tabellenführer Aber Warten wir es ab Die Tölzer mit dem 9-1 Mittlerweile eine Tordifferenz von plus 7 Die Mannheimer sind Dann nur bei Plus 5 Aber Die Eisbären mit plus 7 Aber eben auch Einen Punkt mehr auf dem Konto Stand jetzt Jetzt die Mannheimer, wir müssen alles daran setzen, hier ein Tor zu erzielen Acht Minuten 20 haben sie noch Oh, gefährlich da, bei Wannheimer Tor Jetzt geht die Scheibe hoch Jetzt geht die Scheibe hoch Guter Safe Jetzt die Berliner hinterm Tor Ne, keine Strafe Ne, keine Strafe Keine Strafe Das heißt Das heißt wieder Powerplay für die Mannheimer Ja Ne, hier geht es 4 gegen 4 weiter Da habe ich die Finger falsch gezählt An der Hand des Schiedsrichters Wir sitzen relativ weit weg Beziehungsweise der Schiri hat kleine Hände Das ist aus der Entfernung schwer zu sehen Man könnte mal darüber nachdenken, ob er dem so Leuchtfinger anzieht Aber Das ist eine Diskussion, die verschieben wir auf ein anderes Mal Hier geht es weiter, hier geht es ums Finale Dauert jetzt noch etwas, bis die Strafzeiten auf dem Videowürfel erscheinen Das ist vielleicht eine kleine Kritik Das Team an der Zeitnahme Nicht immer ganz am Spiel dabei Im vergangenen Spiel lief da die Uhr einfach mal eine halbe Minute länger als eigentlich das Spiel war Jetzt die Jungadler Kommt da gut in die Zone rein Hinterm Tor Jetzt aber zu Wir kommen nicht ins Innere, also Wir fahren dann nur außen rum Jetzt die Amboa kann abziehen, aber geblockt Jetzt könnte es vielleicht mal schnell gehen Rechts frei und Schuss, der Berliner Move Kein Tor Kein Tor Da macht der Stürmer eigentlich alles richtig, was er richtig machen kann Aber Elias hat nur die Scheibe legt Schickfer In den Rücken Da muss er früher abspielen Das kommt trotzdem Aber ungefähr Und jetzt der Break Jetzt könnte es nach die Entscheidung Den muss Luca ganz halten Und der hält ihn nicht Der hält ihn nicht Der Topscorer Daniel Wiesner Schiebt ihm das Ding durch die Beine Das ist das 1 zu 2 Und das ist jetzt ganz sicher Der Finaleinzug Jetzt muss man ein 2 Tore erzielen in 6 Minuten Das wird richtig schwer Ja ... ... ... Jetzt bin ich gespannt Ob sie weiter kämpfen oder ob sie schon aufgeben, die jungen Adler, haben das Spiel hier im dritten Drill komplett aus der Hand gegeben, mit dem schnellen Tor könnte es dann doch nochmal vielleicht ein bisschen spannend werden. Natürlich ist da aber auch die Frage, wann der Trainer Paccarinen sich entscheidet, den Goalie rauszunehmen und mir vielleicht doch nochmal aufs Ganze zu gehen. Oh, das war richtig stark, zurückgearbeitet von Stoberser. Jetzt will er, oh, schöner Check, da läuft er wie gegen eine Wand, bleibt zwar stehen. So, beide Mannschaften jetzt wieder mit fünf Mann auf dem Eis. Und jetzt wieder ein schöner Check. Jetzt vielleicht nochmal, muss er in die Mitte legen eigentlich. Er macht es wieder alleine und das ist… Scheibe war wieder frei, das ist jetzt glaube ich in dem Spiel das dritte Mal, dass die freie Scheibe abgepfifft wird. Die Schiedsrichterleistung am heutigen Tage auch… Das ist nicht so gut, auch wenn ich da eben die Linesmen gelobt habe fürs Abseits und so, aber sie verlieren mir zu oft den Überblick auf die Scheibe. Und auch der hält, hält… Und auch der hält… Also für mich auf jeden Fall Mann des Match, vielleicht auch der Mann des Turniers, Gio Ulmer. Auf jeden Fall der beste Goalie hier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich. Schön, deswegen ist ganz doll… O Bl nin, doch. Jetzt die über… … alemente Schuss! Aber haben Tor vorbei! Hey, das war ja wieder Florian Elias, der hat kein Glück, immer ein Mann an ihm dran. Jetzt geht es hier weiter, Berlin, mit viel Platz, aber aufgepasst. Da war ein hoher Stock, aber nicht gesehen vom Schiri. Maulze, jetzt versucht die Scheibe zu klären, das klappt noch nicht so ganz. Ja, da gab es ein leichtes Foul vielleicht am Goalie, aber nichts gepfiffen. Und noch 2.20 Uhr Zeit jetzt. Die Jungadler. Ja, kommen wir jetzt kaum noch irgendwie gut in die Zone der Berliner rein. Oh, Wassenfeld passt jetzt aber. Berlin. Amort bringt die Scheibe einfach in das Tor. Stoffwasser muss rausspielen jetzt. Es muss schnell gehen, viel Zeit haben sie nicht mehr. Es ist in der Tor. Es ist in der Tor. Es ist in der Tor. Ja, noch gibt es da keine Anstalten, dass der Mannheimer Goalie das für einen sechsten Feldspieler verlässt. Ah, da schlägt er über die Scheibe. Jetzt aufpassen. Berlin vielleicht mit dem Konter, aber schöner Block. Ah, da lag Luca ganz schon. Samanski, Samanski. Ah, Elias verpasst. Jetzt an die Blau, aber der Pass war gar nicht gut. Bleibt da lange auf dem Eich, jetzt die erste Reihe der Mannheimer. 45 Sekunden noch. Bisher sieht alles mal nach einem Gruppensieg für die Eisbären aus. Drei Sekunden, jetzt läuft da auch keiner mehr an. Das ist jetzt vielleicht Berlin, aber absoluter Fehlpass. Und bei dem Check fliegt er auch noch über das Eis. Jetzt Berlin, aber die kriegen die Scheibe nicht. Aber das ist denen alles egal, das kostet Zeit. 14 Sekunden noch. 10 Sekunden laufen noch. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt, jetzt gibt es ein kleines Handgemähe da hinten. Philipp Hecht ist da dabei. Ja, natürlich der Frust groß, aber unschöne Szenen. Auf der Uhr werden mir noch 0,4 Sekunden angezeigt. Ich weiß nicht, ob die Schiris das nochmal ausspielen. Wer hat nicht mehr ausgespielt? Das endet also mit einem Sieg für die Eisbären. 2 zu 1. Sie sind Tabellenführer, uneinholbar Tabellenführer. Das heißt, das Finale ist Rosenheim gegen die Eisbären aus Berlin. Ein würdiges Finale. Beide Mannschaften mit drei Siegen. Also kann man sagen, sind die besten Mannschaften beider Gruppen im Finale. Um den Platz 2 in dieser Gruppe. Da müssen wir noch warten. Also der Gegner für das Spiel. Und Platz 3 wird noch gesucht. Ja, neben mir steht jetzt Florian Elias. Erstmal, wie geht es dir? Naja, nicht so gut. Es war wieder eine Hierlage. Nebenbei Tölz. Dominiertes Spiel gegen Düsseldorf. War klar. Ihr seid bloß Dritter. Wusstest du das? Ja, das war klar von Anfang an. Wir mussten die Chancen reinmachen, die wir bekommen haben. Haben wir nicht gemacht. Also ja, demnach sieht es auch so aus. Warum habt ihr es nicht gemacht? Was war die Ursache? Das ist schwer zu sagen. Wir hatten genügend Schossen. Wir waren einfach zu leichtsinnig. Wir dachten, wir kriegen mehr und mehr und mehr. Aber war halt nicht der Fall. Von oben saß alles auf der Teamspirit gefliegt hat. Wie war da die Stimmung im Team? Die Meisterrunde Dominik? Naja, also am Anfang des Spiels waren wir voll da. Wir wollten gewinnen. Und ja, dem Spielfluss hat es eigentlich ein bisschen nachgelassen. Im letzten Drittel dann. Ja, waren wir nicht mehr konzentriert genug. Und da haben wir halt verloren. Was ist oben aufgefallen ist, ihr habt alle Kriegsbemalungen im Gesicht gehabt bei den ersten Spielen. Warum jetzt nicht? Ja, wir sind ein bisschen abergläubisch. Ja, und gleich dazu habe ich auch noch Daniel Wiesner. Erstmal, wie geht es dir jetzt nach dem Spiel? Ja, eigentlich sehr gut. Ich freue mich sehr. Wir sind im Finale. Einfach ein Traum. Okay, wir haben uns ja gestern schon mal unterhalten. Da war der Traum oder das Ziel Finale. Jetzt stehst du da. Wie sind die Erwartungen? Auf jeden Fall, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Wir stehen im Finale. Und auf jeden Fall wollen wir das jetzt auch gewinnen. Finalgegner Rosenheim. Wie ist die Einschätzung? Rosenheim ist ein sehr starkes Team. Darf man nicht unterschätzen. Aber ich glaube, wir schaffen das schon. Worauf müsst ihr bei Rosenheim aufpassen? Auf jeden Fall haben wir ein paar sehr starke Einzelspieler. Auf jeden Fall weiter Körperspielen, gradlinig. Unsere Defense halten. Wir haben einfach nur zwei Tore durchgelassen innerhalb von drei Spielen. Finde ich einfach klasse. Und wir schaffen das schon. Du sprichst dann zwei Tore innerhalb von drei Spielen. Euer Keeper ist enorm. Wie ist der Rückhalt? Einfach riesig. Wir verlassen uns auf alle. Jeder glaubt jeden. Jeder kämpft für jeden. Einfach klasse, dieses Team. Also ist eine gute Teamleistung auch deiner Anführung. Einschätzung dazu? Ja. Okay. Wie schaut es jetzt aus? Habt ihr da auch nochmal eine spezielle Taktik gegen Rosenheim? Einfach weiterspielen, so wie wir die ganze Saison lang gespielt haben. Ja. Ich wünsche euch viel Glück. Vielleicht sehen wir uns ja als Pokalsieger unten wieder auf dem Eis. Tschau. Schön, danke. Danke gleichfalls. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ...... Bosseki, schöner Schuss wieder. Guck noch. Und wieder nicht raus. Das war aber nix. Die Scheibe da ganz schlecht tief gebracht. Jetzt Scheibe raus. Tölz und die sind dann auch jetzt wieder komplett. So, mir geht es hier fünf gegen fünf weiter. Jetzt geht es wieder nach vorne für die Kölner. Schuss kommt jetzt. Aber wieder ist es Arno Tiefensee, der bisher eine gute Partie macht. Aber Bulli gewinnt Tölz. Aggressives Vorchecking jetzt von den Kölnern. Die jetzt auch wieder im Scheibenbesitz sind. Petersen legt hinter. Schuss kommt. Rebound. Und da war die Scheibe frei im Torraum. Aber rutscht dann doch durch. Glück für die Tölzer. Droten dreht sich hier raus. Spielt hinter. Jetzt Wechsel aber abseits. Drotek hatte da Probleme noch rechtzeitig rauszukommen aus dem Drittel der Löwen. Jetzt noch hinterm Tor von Arno Tiefensee. Deshalb versuchen wir uns jetzt rauszukombinieren. Die Kölner checken weiter voran. Kein Icing. Jetzt gehen die Kölner danach. Haben die auch die Scheibe. Van der Ver. Und jetzt vielleicht könnte es schnell gehen. Ein 1 auf 2. Aber da fahren die Tölzer lieber zum Wechsel anstatt dass sie ihm helfen. Dem Mann mit der Nummer 9. Dominik Giesbel. Aber jetzt schöne abgefangene Scheibe. Pass kommt in die Mitte. Aber rechts am Tor vorbei. Also das erste Zeichen der Tölzer. Hier in dem Spiel nach gut 8 Minuten. Und nun sind es wieder die Kölner, die über die rechte Seite. Pass kommt in die Mitte. Puck frei. Arno Tiefensee. Hat da zuerst die Scheibe über den rechten Schoner bekommen. Aber kriegt er noch gerade so die Fanghand auf den Puck. Das war wirklich sehr knapp. Nun wieder der Schuss von der blauen Linie. Aber rechts am Tor vorbei. Nun die Tölzer. Langer Pass. Aber wieder wird der Pass abgefangen. Von den Kölnern. Jetzt vielleicht mal über die Nummer 8. Es ist hier schön. Dieser Check. Vom Kölner Rechtsverteidiger. Pardon, Linksverteidiger. Und da gab es dann auch gleich die Retourkutsche. Also schenken sich da nichts die beiden Teams. Also vollkommen recht. Also die kämpfen hier wirklich um den Platz 3. Okay. wieder tiefe Scheibe. Tölz kann jetzt das Spieler aufbauen. Jetzt über die Innenverteidiger. Tölz spielt da eine ganz enge, neutrale Zone. Da ist es schwer durchzukommen für die Kölner. Ja, jetzt kommt aber der zweite Schuss im gesamten Spiel jetzt. Aber im gesamten ersten Drittel. So ein bisschen ein Zeichen für die Tölzer, dass sie nicht aufgeben sollen, sondern dass es auch dann mal die eine Lücke in der Kölner Verteidigung gibt. Auf jeden Fall, ja. Die Tölzer müssen schauen, dass jetzt mehr Entlastungsangriffe fahren. Die waren da lange im eigenen Drittel festgesetzt. Aber jetzt geht es aber schon mal wieder Richtung Tölz. Das heißt, die Kölner im Angriff. Hinterm Tor. Oh, schöner Kölner. Und da geht der Arm hoch. Aber was ein Check. Schön eigentlich auf die Brust gehämmert. Da Martinovic, da hat er mal richtig einen eingesteckt. Aber muss man da wirklich diese Strafzeit ziehen? Ich glaube nicht. Check geht schön fair auf die Brust. Da steht er halt schlecht und dann fällt er. Das ist aber nicht das Problem des Tölzers. Aber jetzt sitzt er draußen. Das ist Felix Telzer, der bekannt ist für sein physisches Spiel. Im Turnierverlauf damit sehr, sehr aufgefallen ist. Vor allem gegen Mannheim war das dann wichtig, dass er da mit seiner Härte auch eingegriffen hat. Weil er natürlich für das Team diese ganzen Checks zu Ende fährt. Generell muss man sagen, Tölz meiner Meinung nach der beste Teamgeist im gesamten Turnier. Direkt mit Berlin auf einer Augenhöhe, könnte man fast sagen. Ja, der Schuss kommt. Jetzt vielleicht mal. Anregter aber ab, muss wechseln. War lange auch Mais. Das ist recht lange schon. Versucht jetzt hier die Unterzahl zu unterdrücken. Aber jetzt ist es nochmal Köln, die jetzt hier den nächsten Angriff starten. Über die Nummer 14. Jetzt Gois. Gois. Immer noch Gois. Kann jetzt hier nach hinten liegen. Gois. Petersen, Schuss. Abgeblockt. Und Scheibe raus. Ja, da muss er auch gleich zum Wechsel fahren. Der Mann mit der Nummer 13 bei den Tölzern. Sebastian Witt hat ja hier die Scheibe gerade geblockt. Und ich glaube, das hat wehgetan. Martinowitsch spielt die Scheibe tief. Nach knapp 40 Sekunden. Oh, da fehlt der Tölzer-Verteidiger. Nach knapp 40 Sekunden. Jetzt muss ich schnell gehen. Jetzt will er schnell den Abschluss suchen. Aber da sind sie schon wieder sortiert. Die Tölzer. Und Bordzeck. Wir machen dann mit dem langen Schläger das Powerball in dem Sinn kaputt. Richtig gut gemacht. Aber die Kölner schon wieder im Drittel. Jetzt da. Und Köln jetzt will er nach hinten ziehen, aber verliert sie die Scheibe. Oh, schon wieder ein schöner Hit. Ja, das gefällt den Zuschauern nicht. Aber das war alles okay. Aber diesmal bleibt der Arm und dann jetzt geht er hoch. Und dann geht es auch auf die Strafbank. Und Jakub Bordzecki darf sich jetzt in die Kühlbox setzen. Somit könnte Tölz jetzt natürlich nochmal etwas machen. Ja, es sind ja erstmal noch sechs Sekunden, vier gegen vier. Dann kommt Felix Telca wieder zurück aufs Eis. Und dann in die Überzahl. Da ist das natürlich einfacher. Mit Eham haben sie dann einen Mann mit einem richtigen Laser. Haben wir ja gestern gegen Mannheim gesehen, was er für einen Schuss hat. Da ist er vor Ort. Und dann war er da schon wieder. Aber auch jetzt schon. Den jungen Eham, ein richtiger Fan, Liebling. Ja, ja. Ist er quasi ein Urtölzer. Seit Beginn, seit er auf den Kufen steht, spielt er für Tölz. Aber wirklich, der ist treu. Aber sowas brauchst du auch. Einen Spieler, der schon seit Anfang an die Kufen für den Verein schleift. Aber nun Eham, legt quer. Schuss kommt. Aber mit dem Schoner. Lundemann hält. Jetzt vielleicht. Und jetzt quer rüber. Ja, Eham geht da wieder auf seine Schussposition. Er steht bereit. Aber jetzt kriegt er die Scheibe. Schlenz diesmal, aber auch wieder abgeblockt. Ja, jetzt hinten an die Blaue. Da ist Platz. Sieht er gut. Aber der geht weit, weit daneben. Aber schön, die Bande dicht gemacht. Also Scheibe immer noch im Dritten. Schuss kommt, abgefälscht. Noch gleich auch die Strafe für den Kölner Heiner aufgehoben. Aber vielleicht noch mal eine Schussmöglichkeit für ihn. Aber abgeblockt. Jetzt Köln auch wieder komplett. Aber es hat nicht schön rüber gespielt. Oh, da wollen sie es fast zu schön machen. Da vergessen sie dabei abzuschließen. Kein Abseits, nächste Chance. Aber richtig stark gemacht vom Mann mit der Nummer 22 bei den Kölner Heinen. Maximilian Klötzel. Aber jetzt gleich der 1 auf 1. Im Gegenzug schließt selber ab. Aber Arno Tiefensee fängt die Scheibe wieder recht sicher. Ja, ja, war gut gemacht. Nun Bulli-Gewinn für die Kölner. Schuss kommt, aber doch deutlich rechts am Tor vorbei. Nächster Schuss, aber wieder Arno Tiefensee da. Ja, 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 ja. Ja, Strafe angezeigt. Dann gibt es auch die Strafe. Und schon wieder die Strafe für die Löwen. Die sich dadurch nur selber in die Gefahr bringen. Das ist ja kein besonders attraktives Spiel, finde ich. Und Köln wieder in Formation. Schön zurück. Wir spielen da jetzt hin und her, aber finden da keinen Weg. Ja, Korus und Petersen lassen hier die Scheibe schön zirkulieren, aber dann sind die Tölzer da und können die Scheibe natürlich aus ihrem Drittel befördern. Ja, ärgerlich. Aber gut aufgepasst vom Kölner. Jetzt müssen sie aufpassen, die Tölzer jetzt wieder zurück. Schuss kommt. Scheibe ist frei. Er will Goeus gleich wieder den Kontakt suchen. Und zwar mit Dennis Dietmann. Und zwar mit den Kontakt für den Titeln. Und jetzt wieder Kölner in Formation. Lassen hier die Scheibe wieder gut zirkulieren. Aber die Tölzer machen das gut. Sie stehen hier sehr sicher im Raum. Und dann geht die Scheibe wieder weit raus. Jetzt ist vielleicht mal Platz. Muss das aber schnell machen, Martinovic. Ja, auch wieder gut gemacht von den Tölzern, die ihr Unterzeit spiel. Sehr gut gestalten. Also die spielen das wirklich super. Jetzt sind sie auch wieder komplett. Die Scheibe ist frei. Oh, schöner Check hier. Was ein schöner Hit. Und Petersen kann die Scheibe im Drittel der Tölzer halten. Angetäuschter Bauer. Bauer-Trick in den Raum. Tor! Tor für die Kölner Heie! Was ein schön rausgespieltes Tor hinterm. Netz von Arno Tiefensee. Täuscht er den Bauer-Trick an. Und zieht dann rein. Sehr, sehr schön gemacht. Und dann ist es auch nach dem momentanen Spielverlauf sehr verdient, dass die Heie in Führung gehen. Natürlich sind die Tölzer selbst schuld. Haben sich einen Haufen Strafzeiten eingefangen, die man eigentlich hätte vermeiden müssen. Aber so ist der Sport. Und jetzt zählt es natürlich auch für die Tölzer, dass sie dranbleiben. Sonst müssen sie hier mit dem vierten Platz. Und das ist schon sehr, sehr bitter so. Mindestens Platz drei muss drin sein. Nächster. Gleich der nächste Gegenschlag vor Tölz. Aber Lunemann im Tor hält dicht. Strafe angezeigt. Und jetzt. Könnte es vielleicht nochmal gut aussehen für die Tölzer. Wenn sie jetzt den Ausgleich machen, dann gehen sie mit einem 1 zu 1. Also steht alles wieder auf 0 in die Drittelpause. Können wir vielleicht nochmal besprechen, wie man jetzt genau diese Strafzeiten vermeiden könnte. Und nun auf Eharm. Weil der Herr Puck verfehlt dann doch deutlich das Tor. Wieder zurück. Eharm steht schussbereit. Schuss kommt. Aber bei weitem noch lange kein so starker Schuss wie der gestern gegen die Adler. Und jetzt gibt es die nächste Strafe für die Kölner. Und das ist jetzt sehr, sehr gut für die Tölzer. Da nämlich Leonhard Kouros. Äh, pardon. Tut mir leid, Josef. Stimmt schon, Leonhard Kouros. So rum. Sich auch noch zu seinem Teamkameraden in die Kühlbox setzen darf. Und jetzt schaut es sehr gut aus für Tölz. Scheibe kommt. Noch knapp 30 Sekunden auf der Uhr. Ah, da geht die Scheibe raus und das ist unnötig. Aber Köln spielt das natürlich jetzt in die Karten. 15 Sekunden noch. Eharm liegt zurück. Aber jetzt vielleicht nochmal ein Schuss würde sich ausgehen. Schuss kommt, aber Lunemann hält natürlich. Und jetzt geht es dann auch mit dem doppelten Überzahlspiel für die Tölzer dann ins zweite Drittel. Aber jetzt geht es auch erstmal in die Kabine. Da wird es bestimmt eine heiße Ansprache vom Trainer kommen. Kommentator. Julian steht da unten mit der Franziska Klinger. Julian, was sagt sie? Ja, ich habe den Kapitän, der Tölzer bei mir, wieder einmal. Jetzt spielt ihr um Platz 3. Sicherlich etwas doof gelaufen. Hier wäre auch natürlich noch Finale drin gewesen. Aber ihr wart ja nicht mehr selbst für verantwortlich. Aber jetzt ist das vergessen. Ihr liegt jetzt hier. Für den man jetzt liegt hinten mit 0,1. Aber habt noch eine doppelte Überzahl. Die müsst ihr nutzen zum Drittel anfangen. Wie geht ihr da ran jetzt? Ja, wir schauen halt jetzt, dass wir in unserem Spiel zurückfinden. Vielleicht jetzt auch gleich mit dem Tor. Nach der Drittelpause, dass wir das Überzahl nutzen. An sein 1 rankommen. Sonst einfach die Strafe-Nutten weglassen. Weil die nützen das eiskalt aus. Sind ja zu gut. Müssen wir schauen, dass wir einfach weiterspielen. Ja genau. Du sagst es an. Treffen direkt nach der Pause. Du bist ein Mann mit einem harten Schuss von der blauen Linie. Wie hast du oft gesucht? Ist das der Plan, die Scheibe auf dich zu bringen? Du schießt die Richtung Tor. Vielleicht einen Rebound zu erarbeiten und den dann rein zu hauen? Ja, ich schaue halt, dass viel über die anderen läuft. Aber man schaut halt das oft, weil ihr einen harten Schuss habt. Dass die Scheibe zu mir kommen, wenn ihr Platz habt. Dass sie zum Schuss kommen. Und ja, müsst ihr schauen, dass die Nachschüsse machen. Und vielleicht geht er direkt wie gestern in eine Reihe. Ja, der von gestern. Du sprichst an, das war ein richtiger Laser. Also für mich eines der Tore des Turniers. Die Kölner sehr, sehr physisch. Jetzt auch mit zwei Mann draußen. Ich denke, vielleicht gilt es da auch, den Gegner ein bisschen zu provozieren. Dass er noch einmal eine dumme Strafe nimmt. Und dann habt ihr wieder übergezahlt. Dann seid ihr gefährlich. Ja, in Überzahl sind wir gut. Ich mache an Köln oder so. Hat mir gestern gesehen wie Mannheim, wenn es nicht so läuft. Dann lassen sie die leicht provozieren. Wir haben dumme Fouls. Und wir versuchen halt dagegen zu halten, nicht so dumme Fouls zu machen. Aber ich meine, müssen wir schauen, wie es kommt. Und einfach weiterspielen. Alles klar, dann habt ihr jetzt noch zwei Drittel Zeit. Servus, gell? Ja, danke. Servus. Ja, das war jetzt leider nicht die Franziska Klinger. Aber trotzdem freuen wir uns, dass wir mit Josef Eham sprechen konnten. Danke, Julian. Jetzt gehen wir auch in die Drittelpause. Knapp zehn Minuten haben wir noch. Und dann geht es ja mit der doppelten Überzahl für die Tölzer Löwen weiter. Bis dahin sagen wir Tschau. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Und Ehrhammer nun hinterm Tor. Oh, schön. Dann ist Köln wieder mit vier Mann auf dem Eis. Das ist genau der Fall. Ja, jetzt kommt der Schuss. Nee, nee, nee. Trotzdem gefährlich. Oh, könnte das nicht. Das ist ein Break sein. Tiefen, Tiefensee. Mit der fangt mit der fangt. Nächster save. Tiefen, 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 Tiefen locker runter scheibe zurück aber der schuss an der linie wird dann doch wieder von den verteidigen abgeblockt die ein die bisher sehr gute schüsse blocken von den tölzern also es kommt nur wenige wirklich auf das tor von niklas lunemann ja so recht aber ich finde das spiel ist sehr sehr zerfahren kommt wenig wenig schöner spielfluss auf das ist immer ein hin und her in den dritteln da wird dann mal zwei minuten in dem dritten spiel dann zwar das ist ja weil bisher im zweiten drittel ganz klar die kölner die besseren spielanteile haben wie ist deine meinung dazu sie führen 1 0 dann fällt es leichter aber würde nicht sagen dass jetzt irgendeine mannschaft besser ist als die andere abgesehen davon natürlich dass es 0 1 steht aus sich der tölzer löwen und goys nun hinterm tor beginnt den angriff aber tölz aggressives vorchecking nun man spielt aber gleich weiter martinowitsch über die rechte seite vergisst hier die scheibe hat sie sich aber hinterm tor wieder geholt jetzt ist wieder zur stelle schon wieder zurück schuss kommt aber wieder abgeblockt das war schon gleiche höhe kann sie laufen lassen eigentlich das ist das da läuft das spiel schon nicht rund und dann tun die vier in schwarz weiß hier nur übriges da muss ich dir echt absolut recht geben die schiedsrichter neben mir wirklich schon extrem viel schwung aus der partie machen sehr viele unterbrechungen und das tut dem spiel an sich auch nicht gut aber schauen wie schnell ist der mann mit der nummer neun bei den tölzern dominik giesbälder muss er abspielen jetzt schlagschuss abgefällt ah schade da rutscht die scheibe durch aber jetzt schöne schöner pass aus netz kein tor aber noch aber geblockt Klötze gegen Eham Eham kommt nicht rein, Klötze zieht ab Tiefensee hält Die Halle ist jetzt auch richtig voll hier Also sehr sehr viele Zuschauer den Weg hierher gefunden Natürlich auch, um die Tölzer Löwen hier zu beobachten Wie sie jetzt hier ins Angriffstrittel stürmen TOR! TOR für die Tölzer Löwen! Der Kapitän Josef Eham Der Eham Er macht sein Tor Und das war wichtig Das war richtig wichtig Eben noch beim Interview Jetzt schon Mit einem Tor auf Scoring Board geschrieben Ja, die Lade Alles wichtig Die Hauptschiedsrichter unterhalten sich da nochmal Klötze war da Beim Referee und hat irgendetwas Kritisiert, aber Ja, wahrscheinlich irgendwie Torwartbehinderung oder sowas Aber kein Fals Auch kein Torraum abseits Gut abgelaufener Pass hier Von den Kölnern Oh, da dreht er sich schön auf Martinovic, aber Die Scheibe wird ihm dann doch nochmal abgenommen Ja, jetzt Schlechter weg Und er hat immer noch im Besitz der Scheibe Spielt ihn nun Hinters Tor Oh, schöner Move Aber da Der Mann im Slot komplett dicht Aber schöner Check hier Aber alles fair Hier geht's um Platz 3 Ist hier kein Klickerles Spiel Da wird auch mal mit Körper gespielt Ist ja eh etwas, was die Kölner Mannschaft Absolut ausmacht Physisch mit Abstand Oh, schöner Check Und da gibt's die Retour-Küttchen Da sind die Fans dann auch am Jubeln Also Wer einsteckt, muss austeilen können Das trifft auf jeden Fall zu Vor allem Die Türhälter sind ja so ein Team Aber jetzt geht sie erst mal Schön, aber da rutscht er weg Und zieht die Scheibe aber schön wieder zurück Ja, gut gemacht Aber kein Icing Jetzt die Tölzermanns ist da schwer In der eigenen Zone kommt er nicht raus Scheibe wechselt jetzt oft den Besitzer Und jetzt geht die Scheibe in die Rundung Da war es wohl im Netz Haben wir nicht gesehen hier War schwer zu sehen aus unserer Kommentatorenposition Aber jetzt können die Tölzermanns zum Wechsel fahren Vielleicht brauchen sie ja jetzt neue Kräfte Damit sie auch wieder Akzente nach vorne zeigen können Nun Tölz gewinnt das Bulli Schön überspielt hier Jetzt die Tölzer Versuchen sie Das Ding über den kurzen Pfosten in den Slot zu legen Klappt nicht Die Kölner im Aufbau Jetzt schön auf Reiß Der ist auch auf Reiß Der kriegt die Scheibe da aber irgendwie nicht tief Jetzt eh haben Im Besitz der Scheibe Aber nun ist es Klötze Der sich hier befreien kann Aber dann will er das Aber er haben Jetzt im Break Der Tippel Oh Eiskalt Von Luhnemann Eiskalt hält er das Ding Das war eine richtige Parade Absolut hier im Break hält er eh haben auf Aber eh haben hätte das auch besser machen müssen Einfach ein bisschen zu hoch Mütig jetzt nochmal im Besitz der Scheibe Spiel dabei in die Rundung rein Das Ding schön durch die Beine legen Aber das hat nicht geglaubt Aber jetzt vielleicht Jetzt muss der Schuss kommen von der Blauen Abgefälscht Aber die Kölner im Puckbesitz Van der Veil jetzt Ja will ja auch wieder durch die Beine spielen Aber das ist zu schön schön Und nicht effektiv Jetzt geht es weiter hier Peter ist Auf Gois Und jetzt geht es nach vorne Oh schöner Hit hier Und da gibt es auch Beifall von den Rängen für Oh auch jetzt hier aber die Retourkutsche Und da geht die Riesenheitungsmöglichkeit Und Gois hat nun die Scheibe Hinter dem Tor von Lunemann Ich bin da vorne auf Petersen Petersen chipt die Scheibe einfach raus Aber da ist der Tölzer Verteidiger Spielt den Pass wieder lang Korus Petersen verliert hier die Scheibe Im eigenen Drittel Das kann gefährlich sein Jetzt die Kölner kriegen ja richtig Druck Im eigenen Drittel Sind sie ja eigentlich gar nicht gewohnt Sie sind ja normal immer die Die Druck machen Aber jetzt vielleicht Nee Immer noch nicht sauber geklärt Aber Die Scheibe ist raus Sieben Minuten hier noch im zweiten Drittel Oh keiner Keiner will ihn Aber dann erklärt Erklärt sich Droten bereit Die Scheibe zu nehmen Jetzt aber alles schön Die Scheibe tiefgebracht Jetzt ist Tölz echt am Drücker Ja machen viel Druck jetzt Aber haben Ah schöner Pass hier Jetzt die Kölner Jetzt die Kölner Nee nee So nicht Nicht so einfach Du musst die Scheibe schon führen Ja Justin Büsing hat es jetzt hier probiert Aber War er zu übermütig Nur EH Jetzt EHarm ist das wieder Hat das Dreh- und Angelpunkt Im Offensivspiel Ganz klar Wenn etwas geht Dann auf jeden Fall Mit ihm Und jetzt Martinovic Oh er tanzt hier förmlich Die Abwehr aus Und dann Geht der Jack daneben Weil der hätte gesessen Aber Martinovic Weichte schön aus Jimmy Martinovic Jetzt ist er am Punkt Der 16-Jährige Liegt zurück Schöner Block Jetzt die Kölner Im Aufbau Aber Der Kapitän macht dann einen Fehler Aber Seine Mannschaft Bügelt das wieder aus Boah Schöner Jack hier Was ein Hit Den haut er mal richtig weg Und da geht es weiter jetzt Ja Ja Schöner Save Jetzt gibt es da Bulli Schlagschuss Boah Die ist geflattert Die Scheibe Aber Arno Tiefsee Der langt dazu Jetzt die Kölner Können die Scheibe da noch In der Zone halten Aber jetzt Warte Geht die Scheibe weiter Angriff jetzt Aber zweimal derselbe Trick Funktioniert nicht Oh da verliert er die Scheibe Da war zu viel Druck auf dem Pass Und Köln bringt die Scheibe tief Kölz muss neu aufbauen Jetzt geht es hier nach vorne Aber sofort Die Kölner Irgendwie kriegen sie immer eine Kelle Aber jetzt vielleicht Die Schuss Deutlich zu hoch Der Schuss Die Kölner Jetzt die Tölzer Im Angriffstrittel Scheibe tief Der Goalie Legt die Fanghand drauf Oh da wird es wieder Ein bisschen härter Jetzt Schlagschuss Oh das war wieder Ein richtiger Bums Das läuft jetzt wieder Natürlich viel über Ja Torraumabseits Erinnern die Schiris Das jetzt natürlich ganz genau Ich glaube das erste Mal Bei dem Turnier Das hier Torraumabseits Abgepfiffen wird Und Köln kriegt die Scheibe raus Kölz muss neu aufbauen Schöner Pass Und da sind sie auch schon Durch die Neutrale Schöner Move Noch ein Move Und noch ein Schuss Aber der ist safe Scheibe an die Blaue Das Ding ist noch heiß Schön abgetippt Aber Alles in Ordnung Jetzt die Kölner Noch 55 Sekunden In Unterzahl Oh Ich würde behaupten Dass das vielleicht doch Ein Tor war Aber Das war ganz knapp Schiri aber sofort Abgewunken Und weiter Geht's Tölz immer noch Schön in der Powerplay Ausstellung Ah jetzt ein Fehlpass Ja jetzt Muss Tölz versuchen Schnell Aufzubauen Wenn sie im Powerplay Noch was nutzen wollen Das tun sie Sind schon wieder Im Angriffsdrittel Außen Von zwei Spielern Bearbeitet Aber Problem ist wiederum Köln komplett Aber die Tölzer Immer noch im Angriffs Denn die Scheibe Ist da hart Und kämpft Und jetzt kann das Köln Lösen Machen sie gut Na jetzt Blockt der Schiri Die Scheibe Das kann passieren Freis jetzt Mit dem Aufbopper Und Und plötzlich Zieht da gut Sein Mitspieler Jetzt ist da Rechts viel Platz Aber Er schließt Selbst ab 1,32 Im zweiten Drittel Der Stand hier 1 zu 1 Jetzt Köln Im Angriffsdrittel Scheibe geht zum Torwart Der gibt den Rebound Aber bisher gibt es Dann nichts Verwertbares Jetzt Tölz schon wieder Befreit sich da Martinovic Oh Wieder ein harter Check Richtig schön Wird da Da weggehämmert Aber Das wäre alles egal Wenn sie jetzt das Tor machen Machen sie aber nicht Die Kölner Können sich jetzt hier Befreien Aber an der blauen Linie Sofort die Scheibe Abgefangen Knapp 40 Sekunden Noch Und Köln Ah Da sprechen sie nicht gut Miteinander Und jetzt 30 Sekunden Scheibe geht vor Aber Köln kann das blocken Und Fanta Fe Bringt die Scheibe Auf den Goalie Auf Annotivensee Der saved Bulli 20 Sekunden Wenn es schnell geht Können die Kölner Da vielleicht nochmal einen reinhauen Und mit der Führung In die Pause Aber die Tölzer Gewinnen das Bulli Und vielleicht geht es Auch in die andere Richtung nochmal Aber der Pass Arg ungenau Das war's Ja wir gehen mit dem Stand Von 1 zu 1 In die Pause Ein jetzt Nicht nur Auf dem Eis Ausgeglichenes Spiel Also Wird hier die Entscheidung Auf jeden Fall Im dritten Drittel Im Abschluss Drittel Gefunden Keiner hat hier Einen großen Vorteil Also beide Mannschaften Ungefähr gleich stark Und der Kollege Unten Ist bereit Fürs Interview Mit einem Kölner Spieler Ja also neben mir steht jetzt Maxi Klötze Danke Julian Wie geht es dir erstmal Ja nach dem Halbfinale Gegen Rosenheim Natürlich traurig Aber jetzt immerhin noch Wollen wir den dritten Platz belegen Und jetzt versuchen wir nochmal 1 zu 1 In der dritten Pause Alles besprechen Und dann auf jeden Fall In Führung zu gehen Und das Spiel zum Gewinnen Okay woran lag es Dass ihr jetzt Einen Ausgleich kassiert habt Einen Ausgleich Ja wir haben Durch unsere Fehler Wir haben defensiv Fehler gemacht Wir hätten schneller Vorspielen müssen Und dadurch haben wir halt Dann das 1 zu 1 kassiert Okay Wie sprichst du es an Fehler Was waren die Fehler Woran glaubst du Hat es gelegen Wir haben zu langsam rausgespielt Haben vorne unsere Chancen Nicht genutzt Und ja Spiel ein bisschen vernachlässigt Nicht mehr so 100% gegeben Aber müssen wir jetzt Im dritten Drittel nochmal Vollgas angreifen Letztes Spiel für die Saison Und das ja Deswegen nochmal alles geben Okay Hast du es ja angesprochen Rosenheim Schiedsrichterleistung Was sagst du dazu Ja können wir nicht beeinflussen Aber ja Hat wahrscheinlich War ein bisschen gegen uns Aber können wir jetzt Nichts mehr dran ändern Also Blick klar nach vorne Auf jeden Fall Okay Taktisch gesehen Habt ihr da nochmal Irgendwas umgestellt Weil es ja jetzt gegen Tölzke Tölz Mit die beste Mannschaft Also auch wirklich Mannschaft Da wo jeder für jeden kämpft Habt ihr da nochmal Irgendwas Ja also unser Wunsch war halt einfach Den dritten Platz Noch zu holen Und dann halt War glaube ich Für jeden der Anreiz Da jetzt nochmal Alles 110% zu geben Damit wir das Ding Nachhause holen Okay Ich sehe gerade Die blonden Haare Hat das auch nochmal Irgendeine Bedeutung Ja es sollte uns Zammerschweißen Nochmal mehr Dass wir halt Als Team sozusagen Auftreten Und eigentlich Wollten wir ja Die Meisterschaft holen Und deswegen Blond Aber Okay hat leider nicht geklappt Ich wünsche euch natürlich Viel Glück Dass für den dritten reicht Wünsche dir Viel Glück Ciao 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 Vielen Dank. 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 Aber jetzt gehen die Kölner Spieler zum Referee hin. und sagen, hey, da stimmt was nicht. Wir sind mit der Entscheidung nicht ganz zufrieden. Jetzt steht es 2-1 für Tölz. Damit auch die Strafe wieder aufgehoben. Für die Kölner Reihe gegen die Nummer 5, Markus Freis. Wir haben es auch noch mal nachgeschaut. Absolut keine Kickbewegung erkennbar. Dementsprechend ein regulärer Treffer. Haben die Schiris richtig entschieden. Jetzt gibt es erstmal das Eissinken. Also keine Strafe, wie gerade eben gedacht. Seht nämlich stark nach Beinstellen aus, aber... Und jetzt die Kölner in Überzahl. Mit Petersen. Der hat einen guten Kuss. Schön die Zone gehalten. Ja, van der Veil. Ganz wichtig war das. Auf Petersen. Uh, da lässt er... Ja, da lässt er seinen Kapitän aber auch ein Stück weit ein bisschen doof aussehen. Die Scheibe da sehr unkontrolliert abtropfen lassen von seiner Kelle. Aber schon wieder in der Zone. Auf Van der Veil. Kurs auf Petersen. Auf Kouros wieder zurück. Scheibe frei. Petersen ergattert sie sich. Schuss kommt. Aber... Ja, nur tief in See hält. Ja. Oh. Wieder rüber auf Petersen. Die Fans fordern da eine Strafe. Schuss kommt, aber... Wieder deutlich am Tor vorbei. Und jetzt gibt's da Rangeleien. Im Torraum. Schuss kommt. Von Kouros. Wäre aber gar nicht so ungefährlich. Nächster Schlagschuss. Schöner Save. Tief in See hält. Petersen wieder zurück auf Kouros. Petersen nimmt jetzt die Position von Kouros ein. Petersen Schlagschussposition. Schuss kommt. Scheibe frei. Rebound. Tiefen See hält wieder. Ja, ja. Gibt's jetzt immer mehr kleine Nächklichkeiten hier auf dem Eis. Die Härte steigt. Bozziak. Zieht ab. Oh. Sehr gefährlich. Aber... Martinovic lauert da vorm Tor. Münzberger. Aber jetzt geht's mal in die andere Richtung. Tür jetzt über Eham. Rechts läuft der Mitspieler mit. Hier drüber gespielt. Das sieht der Pass ganz allein aus. Schöner Move. Aber nicht von Erfolg gekrönt. Absolut richtig. Das war richtig gemacht. Da super Pass von Eham. Aber wir können jetzt schon wieder. E-Wangriff. Das kann man mal haken vielleicht. Wird aber auch nicht gepfiffen. Alles gut. Jetzt gibt's ja Essing. Aber so wie's aussieht, wurde das aufgehoben. Dementsprechend... Dementsprechend... Jetzt. Ne. Ja, gibt doch Eising. Gibt doch Eising. Also ein bisschen... Schlecht einzusehen, was die Schiris hier pfeifen. Wenn es Eising gibt, dann natürlich das Bulli im Drittel der Kölner. Wenn's dann eine Fehlentscheidung ist, das Bulli in der Mitte. Ja. Aber der Schiri zeigt da auch nicht wirklich viel an. Schwer einzuschätzen von oben jetzt. Auch da wird nochmal viel gequatscht. Anstatt man erstmal die Entscheidung verkündet, dass auch die Zuschauer das vernehmen können. Das ist nicht so ganz transparent. Es ist jetzt noch ein Kölner Spieler auf dem Eis. Weiß nicht... Oder zwei. Jetzt muss da nochmal einer raus. Also... Ja. Van Carlsen darf sich da in die Kühlbox setzen. Und es gibt Bulli im Drittel der Kölner. Also, das hier ist ganz komisch, was die Schiris da machen. Und jetzt dürfen dann doch noch zwei Kölner dazu, um hier unterzahlt zu spielen. Scheibe geklärt. Dann gab's da eine kleine Bankstrafe. Aber jetzt mal abwarten, was die Kölzer da in den Powerplay-Geregel kriegen. Geht hart zur Sache vom Tor der Kölner. Scheibe habe gesichert. Von Luneman. Und es geht weiter hier. 1,25 noch. Überzahl für die Tölzer Löwen. Mann, eine ganz enge Box, die Kölner. Josef Eam in seiner Schussposition. Und aber Luneman kriegt die rechte Schiene noch zum Puck. Ein sehr, sehr schönes Unterzahlspiel. Nächster Schlagschuss von Eam. Rebound. Was ein Save. Da muss er mehr Druck auf den Puck kriegen. Aber das war nicht einfach. Trotzdem eine klasse Parade hier von Luneman. Scheibe wieder auf Eam im Schuss. Oh. Der war auch nicht von schlechten Eltern. Du sagst es. Die Tölzer sind physisch eindeutig das stärkere Team. Was die Schlagschüsse angeht. Jetzt. Nein, wieder nicht, aber. Oh, der war zu hoch. Wir haben jetzt. Der Goalie klopft. Das heißt, die Überzahl ist gleich vorbei. Die fangen an dran. Und immer noch die Scheibe in der Zone. Da gibt es Feuer. Da gibt es. Schöner Vorcheck direkt. Die Kölner immer aufbauen. Wie sehe ich? Ich nehme er gut. 11 Minuten 30 noch. Köln muss mindestens mal noch ausgleichen. Du sagst es mindestens. Sonst wird es mit dem Platz 3 nichts. 2 Minuten 30 noch. Die Silber amEST. Du sagst es. Damien. Du sagst es. Ja, nun läppert sich das Spiel natürlich ein bisschen hin. Jetzt die Kölner. Kölner Schuss! Und nun, wenn sie es hier machen, ein 2 auf 2. Aber nein, der geht wechseln. Das heißt, es ist ein 1 auf 2. Jetzt ein 1 auf 3. Schließt trotzdem ab. Luhne, Mann, Held. Das ist ein 1 auf 3. Das ist ein 1 auf 3. Vandafan versucht sie die Scheibe zu halten. Schön zurückgespielt. Schuss kommt! Zu hoch, zu hoch. Na, schöner Check hier. Ja, das kennen wir von den Kölnern. Die sind richtig stark. Jetzt die Tölzer. Und das war ein bisschen eigensinnig. Aber jetzt hat der Puck den Besitzer gewechselt. Und er wechselt ihn auch gleich wieder. Kölner. Köln jetzt im Aufbau. Das ist nicht so einfach. Die geraten das sehr, sehr früh unter Druck. Der Kölner Spieler mit dem Puck jetzt eben von 4 Spielern umbringt. Also hat da keiner der Anspielstation. Ja, muss aufpassen aufs Abseits natürlich jetzt. Ja, die Kölner attackieren jetzt hier früh. Ein gutes Fortchecking. Ja,觸 Ah, schöner Versuch da von Tölz. Die Kölner müssen jetzt ein bisschen mehr Ruhe in ihr Aufbauspiel bringen. Da kommen sie nicht gut aus der eigenen Zone heraus. Ja, da hast du vollkommen recht. Ruhe brauchen wir jetzt und dann auch noch mal die letzten knapp sieben Minuten sind sie jetzt noch. Dann vielleicht auch noch den Ausgleich zu machen. Ruhe brauchen wir jetzt. Ruhe brauchen wir jetzt. Das ist ein technischer Fehler passiert. Sehr, sehr zerfahren jetzt das Spiel. Kaum noch offensive Kreationen. Aber das brauchen die Kölner jetzt. Ja, das brauchen sie. Aber die Scheiben gehen oft tief und dann unkontrolliert nach vorne. Aber jetzt auch wieder sofort die Tölzer armen Mann. Oh, wieder ein schöner Check. Und wenn sie keinen Gegner zum Checken finden, dann checken sie sich halt selbst. Ob dann aber danach auch noch die Retourkutsche kommt, ich weiß ja nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber jetzt vielleicht bei Köln. Schön. Oh, schöner Move. Oh, was? Ein Punkt Check. Im Fall schlägt er das Ding mit der Kelle weg. Aber Köln immer noch im Drittel der Tölzer festgebissen. Aber jetzt können sich die Tölzer lösen. Und wieder Arno Tiefensee, der hier die Scheibe hält. Jetzt geht es weiter. Hier Köln sofort im Scheibenbesitz. Die Scheibe geht da tief. Das ist das, was wir eben angesprochen haben. Wir haben viele Scheiben einfach mal tief gespielt. Und Tölz ist da hinter dem eigenen Tor richtig stark. Und gleich laufen hier die letzten fünf Spielminuten an. Aber es schaut so aus, als ob die Kölner nicht mehr wirklich wollen. Wir versuchen jetzt hier die Strafe zu ziehen. Aber der Schiedsrichter ist da wieder nicht auf ihrer Seite. Nee, nee, das war zu offensichtlich. Die Strafe hätte er mehr gewollt, als sie da war. Das hast du sehr schön formuliert. Aber die Kölner werden jetzt zauern. Die werden böse. Viele Checks, viele Möglichkeiten. Nichtwischkeiten auf dem Eis von Seiten der Kölner. Lundermann ist kurz zur Bank gefahren, um sich vielleicht die Info zu holen, wann er dann genau zum Empte netter rausfahren kann. Oder auch, beziehungsweise soll vom Trainer aus. Aber bisher... Ich glaube, jetzt noch ein bisschen früh ist nur ein Tor, das du schießen musst. Ah, schade. Jetzt. Jetzt schöner Pass. Aber noch besserer Check. Ja, da läuft er den Gegner richtig ab. Das war der Kapitän Khorus, der jetzt auch schon im Angriffsdrill unterwegs ist. Aber du, Jan, ich bin dir schön mit deiner Hand den Pass. Oh, wieder guter Check hier von den Kölnern. Die letzten drei Minuten laufen. Und es steht 2 zu 1. Das heißt, Köln, wenn sie wirklich die dritte Nation wollen, aber mal schauen. Hier ist erstmal Lundermann. Und jetzt ist hier fast 3 zu 1 gestanden. Wenn sie jetzt wirklich den dritten Platz holen wollen, die Kölner, dann müssen sie jetzt was zeigen. Die zweite Scheibe. Keine Eising. Oh, was ein schöner Check. Aber den steht sie. Da fällt sie nicht um. 2 Minuten 50 noch. Und der nächste Check. Da kracht es wieder in der Bande. Ja, klare Strafe. Und das wird jetzt spannend. Das wird jetzt richtig, richtig spannend. Noch 2 Minuten 26 auf der Uhr und jetzt gibt es zusätzlich noch 2 Minuten Überzahl für die Kölner Haie. Ja, da gibt es ein berühmtes Lied. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, Köln muss das jetzt entscheiden. Der Trainer auch mit der Auszeit, wo er jetzt den Spieler nochmal für die Überzahl auch ein paar Tipps geben kann. Der Tölzer hingegen für dieses sehr, sehr wichtige Unterzahlspiel. Die Tölzer haben sich da nochmal richtig heiß gemacht. Die Kölner sind ein bisschen lange noch im Gespräch, aber alles im Rahmen des Erlaubten. Lunemann bleibt noch zwischen den Pfosten, also nehmen die noch nicht raus. Ich glaube auch, wird es so, 1,5 Minuten. Die sollen jetzt mal kurz Powerplay spielen, mit 5 gegen 4 und dann können sie schauen, ob sie da das Tor machen oder ob sie dann den Goalie rausnehmen. Ja, sehr schön gemacht hier. Von der Nummer 4, Josef Ehram. Der die Scheibe weit nach draußen fühlt und es gibt natürlich zusätzliche Zeit und spart Kraft. Aber jetzt vielleicht den Break. Fehler in der Zustimmung hinten. Kein Tor, kein Tor. Gut gehalten von Lunemann. Da wirst du verrückt. Bisher die Ansprache vom Kölner Trainer hat nichts gebracht. Bisher wollen sie nicht so wirklich. Aber ich zeige nichts, dass vorne. Jetzt sind sie mal im Angriffstritten. Aber da werden die Passwege gut zugemacht. Die Tölzer wollen hier den dritten Platz. Schöner Show, Scheibe frei. Martinovic. Ja, der kann was mit dem Schläger. Abgefälscht. Ja, der probiert das hier mit dem Hechtsprung. Martinovic diese Scheibe im Drittel zu halten. Hat nicht geklappt. Leider. Sie spielen jetzt aber auch. Das ist unnötig eben. Oh, am leeren Tor vorbei. Der Entinetta ist gesetzt. Das kostet einen Kastenspielziel. Bier gibt es ja noch nicht in der Altersklasse. So, jetzt aber die Kölner in der Aufstellung. Schuss übers Tor. Da war er übers Tor. Van der Ven. 21 Sekunden Überzahl. Wieder Van der Ven. Zwei Mann vom gegnerischen Tor. Aber jetzt. Die Scheibe geht auch nicht ins Tor. Jetzt ist Tölz auch gleich wieder komplett. Fünf Sekunden noch. Ah, Fehler. Da verlieren sie die Scheibe. Und jetzt kleppert es. Ja. 20 Sekunden noch. Aber das ist durch. Köln. Der letzte Angriff vielleicht nochmal. Schuss übers Tor. Van der Ven. Und auch nochmal schön hier. Gemacht. Und jetzt liegen die Handschuhe und die Schläger. Und das ist natürlich eine Riesenleistung hier der Löwen. Die niemals damit gedacht. Gerechnet hätten so weit zu kommen. Und sich hier den dritten Platz zu sichern. Und da kommen selbst. Die Betreuer mit auf die Eisfläche. Wahnsinn wirklich. Das ist ein Team. Beispielhaft. Und die Kölner natürlich entsetzen. In ihren Gesichtern. Ah, wirklich. Eine Riesenleistung der Tölzer. Wirklich. Das ist der Wahnsinn. Aber sie haben als Team gespielt. Und das hat es dann auch rausgemacht. Dass sie das dann doch so, in Anführungsstrichen, gut runtergespielt haben. Wirklich ein Riesengewühl von Schlägern. Handschuh, Helmen. Ein Halskrausling auch noch. Auf der Eisfläche. Gespannt, ob jeder sein Teil wiederfindet. Und der Stein entsteht natürlich. Freut sich für ihre Mannschaft. Dagegen aber die Kölner Fans sind entsetzt. Aber das haben wir nicht selbst zuzuschreiben. Wer so spielt. Hat es dann auch, in Anführungsstrichen, nicht anders verdient. Weil sie halt auch nicht richtig als Team gespielt haben. Und genau dieser Team Spirit, oder eben, dass der Team Spirit nicht vorhanden war, hat auch den jungen Adlan aus Mannheim den Finaleinzug gekostet. Waren ja eigentlich die Favoriten hier. Und der Eham geht hier voran. Josef Eham. Der freut sich natürlich. So, wie geht's denn heute? Süß, wie geht's denn das? Süß, wie geht's denn das? Hi. ja das ist natürlich ein blick in freudige und traurige gesichter also unterschiede wie tag und nacht na klar die kölner waren die favoriten wer hätte ganz ehrlich am anfang des turniers mit den tölzern wirklich ernsthaft gerechnet aber sie haben sich durchgesetzt bis zum kleinen finale und dann auch bis zum dritten platz sind jetzt auch fast leid für maxi klötzel der sich wirklich gewünscht hat jetzt hier noch den dritten zu holen das war auch ihr ziel jetzt werden sie einer nach der anderen bekommen sie ihre medaille teamkapitän heute ist natürlich mit jedem einzelnen josef er doch zum maßgeblichen erfolg hier beigetragen man merkt auch wirklich er kämpft fürs team würde für jeden einzelnen da unten auf weiß würde er sein letztes hemd geben hat gemerkt beim spielen aber auch wie war immer da hat jemand mit zurück gekämpft auch wenn es weh getan hat war da immer weitergemacht hat wirklich ein sehr starkes turnier gespielt der mann mit der nummer vier wenn wir noch mal josef wir haben Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiß ich, was sagst du? Auf jeden Fall, die Kölner haben es selbst in der Hand gehabt, haben es dann aber auch aus der Hand gegeben, weil sie einfach nicht als Team gespielt haben. Das hat man bei Bad Tölz gesehen, sie haben die Adler niedergedrungen als Team und das hat es wirklich ausgemacht. Ja, du sagst, dass diese Teamleistung der Schwarz-Gelben hinter uns, die war atemberaubend, auch durch die Fans, die hier zahlreich unterstützt haben, war das richtig gut. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier noch zum Interview dran kriegen. Ich denke, gerade natürlich auch, die Männer von Bad Tölz sind wichtig und dann sag ich mal, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns echt gleich wieder. Ich bin wirklich gespannt, was sie jetzt sagen. Ja. Natürlich, die Freude, die ist groß. Die Tölzer haben den Pokal, aber auch die Kölner, ja, haben hier ein gutes Turnier gespielt. Hat leider nicht gereicht für den dritten Platz. Wir haben den Kölner Torwart bei uns. Es hat leider nicht ganz gereicht, ihr seid in Anführungszeichen nur Vierter geworden, aber wenn man das natürlich auch betrachtet, ihr habt euch gegen andere Teams durchgesetzt. Was war der ausschlaggebende Grund in dem Spiel jetzt? Also, ich denke mal, wir haben am Anfang alles gegeben. Wir haben dann im zweiten Drittel ein bisschen den Faden verloren. Wir waren vielleicht dann nicht mehr ganz auf der Höhe, haben uns vielleicht auch ein bisschen angemeldet, meckert. Und ja, aber ich bin stolz auf die Jungs, die haben vorher in den Spielen alles gegeben. War an sich eine gute Leistung. Du sagst, ihr habt euch angemeldet, gab es dann Unstimmigkeiten oder war das einfach, sag ich mal, der normale Frust, dass man sich hier so knapp auch, man wäre ja fast ins Finale eingezogen, dann war es in Anführungszeichen nur das Spiel und Platz drei. War das der Frust, der dann sich in der Mannschaft entladen hat? Ja, schon so ein bisschen. Dadurch, dass wir da das 1-1 anbekommen haben und ein paar Dinge da nicht mehr so liefen, wie wir es wollten. Alles klar, ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, eine super Leistung und ich denke, man sieht sich auf jeden Fall wieder. Ja, danke. Ja, vorhin gerade angesprochen, er sucht jetzt natürlich sein Zeug zusammen und da kommt er schon auf uns zugefahren. Josef Ehaben, genau, ich schmeiße das Zeug raus. Erstmal, Glückwunsch hier zum dritten Platz. Erstmal, wie ist die Gefühlswage, wenn du jetzt als Kapitän deine Mannschaft zum dritten Platz geleitet hast? Geil, ich meine, wir sind aus der Seite in das Turnier gestartet, haben wir ein bisschen schwieriger Saison gehabt, haben uns sicher qualifiziert für die Hauptrunde und mich freut es vor allem für die Mannschaft, die hat alles gegeben wie Mannheim und gegen Köln. Mich freut es so. Du hast es angesprochen, Mannheim, Köln. Was war da eure Taktik? Habt ihr sie einfach mit den eigenen Waffen geschlagen? Wir haben keine besondere Taktik gehabt, wir haben unseren Zusammenhalt gezeigt, wir haben unseren Teamgeist gezeigt, wir haben gesagt, dass wir Mannschaft sind. Wir haben es dann nicht so gute technische Spieler oder die, die so viel Erfolg haben, aber wir haben eine Mannschaft und das hat sich gezeigt gegen die. Du sagst, ihr seid eine Mannschaft. Ich glaube, das war auch der Punkt, warum ihr dann auch diese Spiele zum Beispiel gegen Mannheim oder jetzt auch gegen Köln gewonnen habt. Hat euer Trainer euch dann nochmal extra heiß gemacht in der Kabine? Der Trainer hat eigentlich genau das, wie immer gesagt, aber wir haben uns gegenseitig gepusht, wir haben nie aufgegeben, wir haben immer eine positive Stimmung gehabt. Und das hat man, glaube ich, auf dem Eiser gesehen, dass wir wirklich ein zusammengeschweißter Haufen sind. Du spielst ja schon seit klein auf bei Tölz. Hast du jetzt gestern auch noch eine extra Runde bei den Fans drehen dürfen? Glaubst du, bist du ein kleiner Liebling? Äh, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, wenn man gut spielt und seine Leistung bringt, ich glaube, dann ist man immer Liebling bei den Fans und versuche immer, mein Bestes zum Game mit Toren oder anderen Sachen, meine Mannschaft, zum Helfen und deswegen halt die Fans. Die Fans, wie fandest du den Rückhalt jetzt? Ich meine, es war ja fast eine komplett volle Tribüne. Ja, geil. Ich bedanke mich an alle, die da waren, an alle Freunde, genau wie der da. Aber, geil, danke. Und das generelle Turnier? Wie schätzt du es ein? Waren ja hochkarätige Mannschaften dabei? Ähm, ja, ich meine, es waren gute Mannschaften dabei. Egal, ob es so viele Überraschungen gegeben hat, egal, wie zum Beispiel mit uns. Ich finde es gut, dass es so eine Turniere gibt, weil das einfach gemessen wird, Deutschlands beste Mannschaft. Und dass auch so eine Mannschaften wie Tölz, die, die technisch nicht so gut sein, mit dem Teamgeist oder so, das auch schaffen können. Hast du vollkommen recht. Ich bin der gleichen Meinung wie du. Bedanke mich für das Interview. Genau. Vielen Dank. Viel Spaß beim Feiern noch. Danke. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Jetzt. Vielen Dank. jetzt rosenheim sofort da muss er ablegen aber ein bisschen da gab es mal den rebound über die fang hat aber den hat er sofort wieder drin die holme ist so unglaublich jetzt die rosenheimer aber schuss geblockt und dann am schoner von gian ulma berliner jetzt auch wieder komplett doch drei minuten 36 in diesem drittel bringt uns das doch ein tor oder gehen wir mit 1 soll in die drittelpause scheibe ist auf der bank der rosenheimer dementsprechend abgepfiffen jetzt bulli gewonnen von rosenheim reichel versucht da gleich wieder fahrt aufzunehmen jetzt berlin im aufbau das war nicht schlecht aber das sind sofort die schläger am mann beide teams haben da wenig zeit die scheibe anzunehmen deswegen verspringt auch auf die scheibe und der aufbau bleibt stecken jetzt die berliner auch da wieder die scheibe versprung und jetzt krumpe versucht den aufbau da sofort die mann die gegner dazwischen die berliner können abschließen aber doch weit am tor vorbei topatka in den slot am tor vorbei nochmal jetzt geht da haben sie spekuliert und sich verspekuliert vielleicht aber da kommen die rosenheimer nicht mehr richtig den puck unter kontrolle jetzt die berliner im aufbau mit ihrem kapitän mit paul nikola reiner thalmeier blickt die scheibe aus dem drittel berliner müssen raus jetzt wieder der kapitän aber die scheibe raus abseits berlin kann das wohl gewinnen aber die rosenheimer wieder im puck besitzt oder dritter glaube ich auf die scheibe rutscht aus jetzt die berliner drei auf drei schöner move von fleischmann jetzt ponnier und wiesner oh schön die scheibe drin gehalten oh die scheibe da in die mitte zu bringen war keine gute idee da waren zwei mann und den passempfänger aber die scheibe geklärt jetzt die letzten 20 sekunden brechen jetzt an und berlin nochmal in fahrt berlin noch im drittel der rosenheimer ah und im slot aber da machen sie es richtig eng die rosenheimer da ist es ganz schwer acht sekunden noch scheibe bleibt drin jetzt muss man abschließen abschließen und das war ein richtig spannendes spiel das nächste tor das liegt schon in der luft man weiß nur noch nicht wer es macht und der kollega hat krumpe den kapitän der rosenheimer am mikro und dann gehen wir doch auch gleich ab an ihn unten auf dem eis ja danke julian für die überleitung ich bin jetzt hier unten neben mir die gruppe der kapitän wie geht es hier soweit ganz gut wir haben gut gespielt haben unsere chancen genutzt und ja für den 1 0 wie schaut es aus wie ist der plan ja wir versuchen weiter aufs tor zu schießen und unseren spielplan umzusetzen jetzt sehe ich hier über eurer bande ein trikot hat das irgendwas symbolisches ja unser spieler und verteidiger von uns hat sich im spiel vor der meisterschaft verletzt und er war davor schon verletzt und er wollte unbedingt bei der meisterschaft dabei sein also so kann er dann doch noch dabei sein was ist deine rolle als kapitän wie hast du deine mannschaft vielleicht nochmal besonders angeheizt ja also jeden gepusht denen gesagt dass er gas geben muss und ja es hätten ja potenziell hätten es drei gegner sein können mannheim dann tölz und noch berlin was wäre die am liebsten gewesen berlin hätte jetzt mannheim theoretisch gesehen gegen berlin gewonnen und ihr hättet tölz bekommen hätte es dann doch irgendwas bei euch geändert oder wir hätten einfach unser spiel gespielt und ja ich habe jetzt bei anderen mannschaften bei köln bei mannheim alle gesehen laufen mit blonden frisuren um habt ihr dann auch irgend so ein ritual ne nur besondere trikots nichts also ihr spielt einfach euer spiel ja ok ich wünsche euch auf jeden fall viel glück dann sieht man sich ciao 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 Einzelrückstand hinterher und Rosenheim kann die Führung, ist mit einer Führung im Rücken auf dem Weg zum Tor von Ulmer. Aber da zum Beispiel ist die Scheibe nochmal kleben geblieben. Jetzt vielleicht mal Wiesner. Schuss geblockt, schön. Und jetzt. Oh, schöner Pass da. Oh, da macht das gut. Maxi Agera macht das sehr gut. Schöner Schuss, gibt den Rebound. Aber Danza kann den Rebound nicht verwerten. Und die Rosenheimer Abschluss, aber... Schön geblockt von der Berliner Hintermannschaft. Und jetzt die Rosenheim. Rosenheim kann da sich schön... Spießschluss! Schöner Pass da, Spieß hier in den Raum. Ja, kriegt aber... Da stellt man leider nicht genug Druck auf die Scheibe. Jetzt die Rosenheimer. Boah, schön. Da haben sie sie... Die Poli dann doch noch schön die Sicht genommen. Aber Tio Ulmer, der lässt sich so leicht nicht überwenden. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Und jetzt... Und jetzt... Schöner Hit hier, aber die Härte braucht's, Paul Fabian, Fehlpass, aber Juma Grimm kann die Scheibe nicht ordentlich genug aufs Tor bringen, aber nun ist ein Müller der hier. Koller spielt die Scheibe tiefer, aber Berliner können diese Scheibe gut ablaufen. Ja, lieber das Pulli genommen, das war zu gefährlich. Marino Schunder, ja extrem stabile Partie heute, wie findest du? Ja, er macht bisher eine richtig gute Partie, ist aber auch noch nicht so viel gefordert worden, also da kann Berlin mehr, das weiß man, das wissen auch die Jungs da unten selbst, aber vielleicht belehren sie uns wieder eines besseren. Jetzt die Scheibe im Berliner Besitz. Jetzt die Scheibe, Schuss, aber geblockt, geht sie los! Oh, da war oben ganz viel Platz, da zielt er auch hin, aber Schunder lässt sich da nicht so überwinden. Danza liegt zurück! Ulmer lässt klatschen, aber den Rebound hat er auch. Unglaublich stark! Unglaublich stark! Unlaublich! Untertitelung. BR 2018 Nibelina müssen jetzt den Weg zum Tor suchen. Dani Wiesner versucht es mit Langen, aber das ist natürlich eisig. Aber da war keiner. Da war einfach kein Mitspieler. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Da steht ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, Dani Wiesner. Na, das glaube ich noch lange nicht. Joseca kriegt die Scheibe tief. Stilzmann. Ein Spieß. Aber kein Mann rückt da ins Zentrum. Lass ihn da völlig allein. Karlhäuser spielt die Scheibe nun weit aufs Spieß. Schön zurückgelegt. Schuss kommt. Oh, Außennetz. Wirklich gut, der Support hier von den mitgereisten Rosenheimern. Scheibe nun draußen. Jetzt können sie sich... Aber... Ganz groß. Das war aber ganz klares Abseits. Sprechen wir mal über das Berliner Vorchecking. Bisher konnten sie es ja nicht wirklich anwenden. Du sagst es genau. Sie konnten es bisher nicht wirklich anwenden. Wir sind ja im Turnier bekannt für ein hartes Vorchecking. Checkt da oft auch mit zwei oder drei Mann vor. Aber das ist natürlich auch gegen eine Mannschaft, gegen so eine Konterstarke Mannschaft wie Rosenheim. Kannst du so mit Risiko fast nicht gehen. Da siehst du ja, wie schnell das geht. Jetzt in der Mitte vielleicht Platz. Und da ist Platz. Das Tor zählt! Das Tor zählt? Tor für die Rosenheimer! Und das war die Nummer 10. Ludwig Danzer, der hier das Tor macht. Das 2-0 für die Rosenheimer. Ja, wieder ein relativ schnelles Tor der Star Bulls und die Berliner. Und jetzt kommt dann noch die Schmache. Es läuft das Lied der Berliner. Die Berliner Torhymne läuft beim Tor der Star Bulls. Nächste Torchance gleich! Aber dann ist Ulmer doch wieder zur Stelle. Jo, Patka. Die Fans skandieren wieder, dass der deutsche Meister nur der SPF wird. Der sieht alles zur Zeit danach raus. Aber das Spiel ist noch lang. Und jetzt Berlin mit Platz! Und jetzt ist hier alles wieder beim Alter. Ein Tor Vorsprung für die Rosenheimer. Und jetzt ist hier alles wieder beim Alter. Ein Tor Vorsprung für die Rosenheimer. Das war richtig gut. Schnelle Antwort, ganz wichtig fürs Team. Das war Abseits. Gut gesehen. Ja, doch, doch. Ganz klares Abseits. Stell es mal an. Ich glaube, er hat hier aufs Bein stellen. Nein! Spekuliert. Ja, ganz wichtige Antwort. Also, du darfst die Rosenheimer nicht davonziehen lassen. Danni, Wiesner. Boah, schöner Check da von Thalmeier. Ja, und Danio! Boah! Legt hier rein auf Wiesner! Ich glaube, er wird drin gehalten. Noch. Aber jetzt ist sie raus. Reiner kann die Scheibe abfielen. Jetzt mit ein bisschen Platz. Aber schlagen da über die Scheibe. Da gibt es leichte Rangeleien. Und da schaut der Schiri aber richtig, ob die Pfeife geht. Ich glaube, der hat heute noch nicht ganz so oft gepfiffen. Der stand da im Rückstand zu seinen Kollegen. Da hat er da seine Puste getestet. Aber alles in Ordnung? Die Rauferei geklärt. Es gibt Bulli vor dem Rosenheimer Tor. Und das war der Pfiff fürs Bulli, dass sie sich bereit machen müssen. Jetzt geht's los. Oh, jetzt Berlin. Ah, das war nicht optimal gespielt. Paul Fabian kann die Scheibe dann aber auch nicht ordentlich gut verwerten. Jetzt. Jetzt die Berliner. Schön, wie sie da die Scheibe immer wieder erkämpfen. Die geht nicht so einfach raus. Ah, da war mehr Platz in der Blauen, aber egal. Aber jetzt greift doch wieder dieses enorme Vorchecking der Berliner. Ja, du kannst es jetzt halt einfacher spielen. Es steht nur 2-1. Bei 2-0 ist das schon gefährlicher, wenn du dann den Konter läufst. Aber jetzt gibt's, wegen Icing, Bulli vor dem Rosenheimer Tor. Die Starbolts dürfen nicht wechseln. Das macht viel aus. Jetzt. Gerade jetzt im Finale, nach zwei so harten Turniertagen, sind die Beine schwer. Aber dann muss man auch die kürzeren Chiffs fahren. Und das ist jetzt für Rosenheim doppelt schwer. Jetzt die Berliner. Könnt ihr nochmal schön kurven. Schuss kommen, Dullmar, aber fängt ihn wieder sicher. Aber du hast es eben angesprochen. Kurze Wechsel. Ich glaube, mir ist aufgefallen, dass Berlin eine Reihe sitzen lässt. Ja, ähnlich haben wir es auch bei den Adlern aus Mannheim gesehen. Die vierte Reihe kam ja kaum zum Zug. Aber man hat auch gesehen, zu was das geführt hat. Sie haben das Spiel letztendlich verloren. Jetzt Kurt Wald. Aber schön zurückgearbeitet. Nun 3 auf 3. Schöner Pass auf Eisner. Es stimmt zu weit. Trotzdem er hat die Scheibe. Legt jetzt zurück auf Leonhard Daniel. In der langen Posten war da alles frei. Aber von hier oben siehst du es natürlich auch leichter als unten am Eis. War schön gemacht hier. Und jetzt Leonhard Daniel. Ja, da war Wiesner im Rückraum schussbereit. Dann müssen sie miteinander sprechen. Danza. Und Reichel ist auch auf dem Eis. Oh, abgefälscht. Aber die darf uns eh nicht einbesetzen. Schöner Pass. Tor! Das war eine Demonstration von spielerischem Können. Da wird das Ding nochmal quergelegt durch den Slot. Und dann liegt der Goalie. Da liegt Cian Ulmer. Und der braucht nur noch einschieben. Der Torschütze. Ludwig Danza war es. Er schlägt nun zum zweiten Mal im Finale zu. Hat ja auch schon das erste Tor markieren können. Aber wirklich, der könnte heute noch mehr machen. Und nun steht es hier 3 zu 1. Jetzt sind wir mal gespannt, ob Berlin wieder eine schnelle Antwort parat hat. Oder ob das jetzt der Nackenklatscher war, den sie noch gebraucht haben. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Stavos gleich wieder im Angriff. Die Scheibe mitnehmen. Wo sie gar... Ah, die gibt da wieder keinen Druck drauf. Paul Fabian. Ja, es sieht im zweiten Drittel danach aus, als ob der Titelverteidiger die Topchancen wieder hat. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Kommt hier wieder. Kommt hier? Der Stad. Kommt hier? Jetzt die Berliner die Scheibe tiefgebracht. Jetzt schön abgefangen, aufgepasst, aber da will er dem Rosenheimer die Scheibe durch die Beine legen. Ja, gut gemacht hier von Marino Schöner, setzt nicht auf das Bulli im eigenen Drittel, sondern macht das Spiel schnell. Ja, richtig, sie versuchen da schnell die Scheibe wieder laufen zu lassen. Wenn du Platz hast als Goalie, macht das den Abseits. Die Scheibe geblockt von Rainer, dem Kapitän, der Eisbären. Ja. 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 Magsie Agera fängt die Scheibe schön ab und hält den Puck im Drittel der Berliner. Agara zieht ab Aber die Fangart von Harris Ulmer funktioniert weiterhin Und dann geht's mit dem Rosenheim wieder im Scheibenbesitz hinterm eigenen Tor Und jetzt geht's nach vorne Kein Eising, gut aufgehoben Berliner aber hoher Stock gepfiffen Rosenheim jetzt noch mal ein Stück quergelegt Ulmer hält Berliner aber gut aufgepasst Und Krim da mit der Holzfälle Das muss er fast machen Aber sehr gut verteidigt Aber da ist wirklich Berend stark noch mit nach hinten gelaufen Und jetzt kann es gleich ein 2 auf 1 geben Gut aufs Abseits aufgepasst Und die Scheibe geht erstmal raus So ein Stock Schöner Bandenpass jetzt Scheibe nochmal tief gespielt Maxi Agara läuft natürlich gleich an Hat jetzt die Scheibe Und zwingt den Gegner zu fehlen Wiesner springt die Scheibe an den Schlittschuh Tanzer Wieder tief gebracht 300 der Kapitän Abgefälscht Und jetzt ist es wieder Maxi Agara Schöner Pass nach hinten Reichel in die Mitte auf Agara Rebound Scheibe ist immer noch gefährlich Aber jetzt erstmal raus Talmeier Auf Agara Boah Das wäre mal ein Lucky Shot gewesen Greift Ulmer tatsächlich mal daneben Da fliegt das Ding dann fast über ihn Aber er ist ein Stück zu hoch geflogen Aus seiner Sicht zum Glück Und fällt auf das Ober-Tor-Netz Jetzt Die Stabels passen auf Die Stabels passen auf Jetzt Abgepfiffen Ja 2,39 haben wir hier noch 3 zu 1 Für die Stabels Die Berliner müssen schauen Dass sie auf keinen Fall mal Kein Tor mehr kriegen Scheibe bleibt drehen Ah Schießen sie sich gegenseitig an Jetzt vielleicht der Break nochmal Für Berlin Aber weit Rechts vorbei Am Tor Das war nicht gut Da muss er zumindest mal Die Scheibe aufs Tor bringen Und jetzt nochmal Aber das Ding ist noch heiß An der blauen Linie viel Platz Dementsprechend Dementsprechend Überzahl für Rosenheim Und das ist dann Alles in einem Eine ganz dumme Strafe Weil die Rosenheimer Ins Powerplay kommen zu lassen Das kann hier Im wahrsten Sinne des Wortes Entscheidend sein Und warten wir jetzt ab Sind sofort in Aufstellung Das funktioniert super schnell Reichel an die blaue Und die Scheibe kommt hoch Aber Ulmer lang zu Jetzt die Berliner am Ort Eine Minute 40 Jetzt noch im Drittel Das Unterzahl ist noch etwas Kürzer Aber nicht entscheidend Jetzt vielleicht Da liegt der Rosenheimer Spieler Agara Vorm Berliner Torwart Aber jetzt Gottwald Oh Super Pass Mit der Rückhand Aber jetzt Ist die Scheibe raus Rosenheim muss neu aufbauen Das geht wieder schnell Reichel Ist da Maßgeblich beteiligt An die blaue Linie Oh Talmeier Schluss Geblockt Geblockt aber Rainer hat die Scheibe noch nicht raus Und das ist gefährlich Da Richtung eigenes Tor zu ziehen Ja da Fand ich Hat man eben Gesehen wie das Mit der Motivation aussieht Da Rainer Schnell den Kopf hängen lassen Jetzt Danza Schön macht er das mit der Rückhand da Danza wieder Immer noch Danza Acht Sekunden noch Vielleicht nochmal einen langen Pass Ne Das riskieren sie nicht Also Mit 3-1 geht's hier In die Drittelpause Das war richtig gut Nachdem der Berlin kurz Ans 2-1 Drangekommen ist Schlagen die Hosen aber sofort zurück Erhöhen auf 3-1 Und jetzt bin ich gespannt Was die Ansagen des Trainers bringen In der Pause Und der Kollege hat einen Co-Trainer Bei sich Oder den Haupttrainer Ich sehe es nicht richtig Wir geben ab Ich sehe es nicht richtig Ich sehe es nicht richtig Vielen Dank. 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 Hallo. Vollkommen richtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und... Aber... Und... guckt... und... Aber... ... 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 Jetzt geht es hier weiter Berlin 2 Minuten 15 Der Goalie bleibt wohl auf dem Meister Kommt er gar nicht mehr runter heute Scheibe da Ans Gitter gekriegt Der Berliner Verteidiger Aber Die letzten 2 Minuten Jetzt wird sich klären Wer wird hier Deutscher Meister Es sieht alles gut aus Für die Rosenheimer Es läuft alles nach Plan Aber jetzt Agara Reichel Agara, Agara Ne, ne, ne Mann sie wunderschön Aber Ulmer und der Verteidiger Blockieren da das Tor Eine Minute 37 Die Zuschauer erheben sich schon von den Rängen Ganz Eishockey-Deutschland Schaut jetzt hier den deutschen Nachwuchs zu Wie hier die Meisterschaft entschieden wird Die Berliner Haben jetzt noch eine Minute 17 Aber Ich lege mich fest Das wird nichts mehr Definitiv nicht Das ist richtig schade Aber ich glaube alles in allem Gewinnt hier auch Die bessere Mannschaft Die beste Mannschaft Des Turniers Jetzt Berlin noch mal Seien vielleicht noch mal Eintreffer gegönnt Aber Schunder sagt nein Das ist richtig schade Die Berliner jetzt noch mal Die letzte Minute läuft Sie ist angebrochen Heim Hoch an die Blaue Ah Eiskalt Weggeblockt Nochmal gab es da einen Rebound Aber jetzt Reichel Reichel Wird jetzt gucken Dann sei jetzt da Einfach mal die Scheibe weg Zeit von der Uhr 30 Sekunden noch Die komplette Rosenheimer Bank Steht Ja jetzt haben sie Zeit Krumpel 15 Sekunden Dann Da geht der Scheibe gar nicht mehr nach 10 Sekunden 8 7 6 5 3 2 1 Und das Ding ist rum Rosenheim verteidigt den Titel Sie sind wieder deutscher Meister Und Des einen freut des anderen Leid auf der Berliner Seite Die absolute Enttäuschung Aber So ist es eben Im Sport muss immer einer Gewinnen und einer verliert Heute Geht Rosenheim als Sieger vom Eis Das hat Wird bleibenden Eindruck hinterlassen Aber die Berliner Die Köpfe nicht hängen lassen Sie haben sich gegen starke Teams Wie Mannheim und Bad Tölz durchgesetzt Also Auch wenn das jetzt Für die Spieler aus Berlin Nur leere Bordhülsen sind Sie können stolz auf sich sein Ich gebe dann ab An meinen Mann Unten auf dem Eis Und hoffe er kann Den ein oder anderen Eindruck Einfangen Das war es von mir hier oben Und Wenn es die Bordhülsen ist Auch wenn es die Bordhülsen ist Das war es von mir Orden Und auch wenn es die Bordhülsen ist Aber Das war es von mir Das war es von mir Er ist von mir Und auch wenn es die Bordhülsen diz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Rosenheimer sind natürlich jetzt verdient, rückblickend verdient dann auch die Goldmedaille. Enttäuschte Gesichter natürlich rechts bei den Berlinern. Wie ist deine Einschätzung? Ja, natürlich. Ich glaube, die Rosenheimer haben von Anfang an ihre Gruppe dominiert und jetzt auch im Finale da waren sie klar, die andere Mannschaft. Berlin, ja, wurde es für mich auch in der schwereren Gruppe, aber das tut alles nichts zur Sache. Sie haben das Spiel hier verloren. Sie haben die Rosenheimer ins starke Powerplay kommen lassen und das hat hier den Unterschied gemacht. Du hast gerade Powerplay auch angesprochen. Ich bin da von deiner Meinung, Powerplay ist die Stärke der Rosenheimer. Sie haben es heute, oder auch gestern, richtig stark ausgespielt. Wir haben jetzt vorhin mal geschätzt, ich glaube, 70% Powerplayquote und das ist eben kaum. Ja, also heute, beziehungsweise auch gestern im Turnier, dieses Powerplay war nicht zu stoppen. Warten wir mal ab. Ich denke, Lukas Reichl wird uns auch noch Rede und Antwort stehen. Das ist natürlich ein zentraler Spieler im Überzahlspiel der Rosenheimer. Aber warten wir es ab. Ich glaube, die hat die bessere Mannschaft verdient gewonnen. Ich bin auch voll deiner Meinung. Wir warten jetzt ab und dann sehen wir uns ja eh gleich beim Interview wieder. Ich bin auch voll deiner Meinung. Die Fahrt hier zum Pokal, die tut bestimmt weh. Man hätte natürlich gerne den etwas größeren Pokal mit nach Mannheim genommen. Aber dem werden sich natürlich die Oberbayern. Man dauert zu mir leid, natürlich nach Berlin. Aber man merkt, dass wir hier zu Ende die Kräfte schwindeln, auch bei uns Kommentatoren. Aber hier ist es Gruppe, der jetzt den großen Pokal für die Oberbayern in die Luft heben kann und er ist auch gleich kaputt. Und er ist gleich kaputt nach dem ersten Mal. Also Gott, sie sind den Deckel noch gerade zu finden, aber lege ich mal, ob der noch ganz ist. Aber ich glaube auch, dass der Pokal auf jeden Fall den Weg nach Rosenheim findet. Ohne Umwege über Mannheim. Ja, ich muss sagen, hier ist die beste Mannschaft. Das Turnier vielleicht nicht der Saison, aber das ist eben der Spielmodus und hier gilt es zu überzeugen. Und da ist ganz verdient wie im Sondertrikot Schwarz-Volt angereichten Rosenheimer. Ich bin total deiner Meinung, wir haben sie auch schon öfter jetzt in den Spielen thematisiert. Es ist vollkommen egal, welche Tabellenplatz man war. Es geht halt darum, wie man in der Turnierform spielen kann. Es geht halt darum, wie man in der Turnierform spielen kann. Es geht halt darum, wie man in der Turnierform spielen kann. Es geht halt darum, wie man in der Turnierformulierung ist. Es geht halt darum, wie man in der Turnierformule ist. Es geht halt darum, wie man in der Turnierformulierung ist. Herr Nehmot steht jetzt, der Erfolgstrainer der Rosenheimer. Erstmal, wie ist dieses Gefühl? Unglaublich. Es war letztes Jahr unglaublich, aber dieses Jahr ist es noch brutaler. Also, glaube ich, noch gar nicht so realisiert momentan. Sie sind ja nicht als hundertprozentiger Favorit in dieses Turnier gegangen. Wie war dann die Einstellung in der Mannschaft? Wir haben gewusst, dass es schwer wird. Wir haben schon eine Saison gespielt, wo wir gesagt haben, mehr erreicht als erwartet. Und ja, das war das E-Tüpfelchen. Das ist wieder eine Mannschaft geworden, zusammengehalten. Und ich denke, dass spielerisch vielleicht bessere Mannschaften da waren. Aber vom taktischen und von der Mannschaft her war das wieder ein Team. Sie sprechen uns an ein Team. Gab es auch spezielle Teambuilding-Maßnahmen? Ja, wir haben vor der deutschen Sommer zum Lasertechno gegangen. Aber der ganze Sommer besteht eigentlich aus dem, dass die Mannschaft zusammenwächst. Dass du Familie bist. Und ja, so treten sie momentan auf. Glauben Sie, der Pokal wird auch noch ganz nach Rosenheim kommen? Oder glauben Sie, der Pokal wird ganz nach Rosenheim kommen? Ein bisschen demoliert ist er ja schon. Ich glaube, der liebt schon gar nicht mehr ganz. Ja, wir werden aufpassen. Den tun wir schon wieder zusammenschrauben. Wir haben einen Faktor ausgemacht im Rosenheimer Spiel. Das ist für uns ganz klar das Power-Problem. Wir tippen im Turnier hier 60, 70 Prozent Erfolgsquote. Also ich glaube, das war einfach schwer. Wenn man gegen Rosenheim auf die Strafbahn geht, wusste man, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es kleppert. Haben Sie das nochmal speziell trainiert? War das so ein Faktor, wo Sie gesagt haben, das ist unser Merkmal? Da haben wir starke Spieler mit Ackara, Reichl, Tanzer, die richtig Druck machen können? Oder war das einfach so generell die ganze Saison die Stärke? Ja, wir haben schon speziell trainiert. Wobei der Lukas, der Reichl eigentlich nur noch bei der DNL war. Und wir haben schon auf das gearbeitet. Wir haben gewusst, das ist eine Stärke von uns. Und ja, die wollten wir dann ausnutzen, wenn es so weit kommt. Reichl, der ist extra nur nochmal für das Turnier zurückgeholt? Oder war er davor auch schon noch im Training? Nö, war nicht im Training. Das war mit dem Schädler Thomas so abgemacht, wenn die DNL von der ersten Mannschaft Spieler bekommt, wenn sie das Achtelfinale schaffen, dann ist er bei mir auf der Deutschen dabei. Sehr gut. Noch Fragen an deinerseits? Das war's für mich. Ich wünsche Glückwunsch und eine gute Einfahrt auf jeden Fall. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Männer, vielen Dank für alles. Glückwunsch. Danke. Gibt dir mal ganz recht das Mikro. Paul-Niko Reimer, wie geht's dir nach so einer schweren Niederlage? Schlecht, ehrlich gesagt, weil wir waren so nah dran, haben so gut gespielt. Das ganze Team zusammen, die ganzen drei Tage, die wir hier waren, so gut zusammengehalten. Und dann so eine Niederlage ist natürlich bitter und so fühlen wir uns auch. Was war, oder was denkst du, war der Ursprung, dass ihr dann doch so ärgerlich gegen die Starboots jetzt verloren habt? Ja, Rosenheim hat gut gespielt, hat gut ihre Taktik sozusagen beibehalten und wird am Anfang zu oft drauf reingefallen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann schnell Gegentore bekommen haben, gerade im Kontern. Wie waren eure Avantogen am Anfang des Turniers? Wolltet ihr ins Finale? Wolltet ihr den Pokal oder wie sah es aus? Klar wollten wir. Wir wollten am Anfang Gold gewinnen, natürlich. Und wir haben uns auch als eines der besten Teams gezählt und es ist natürlich noch bitterer, jetzt zu verlieren. Ja, ich glaube, ein richtig großer Faktor für die doch ärgerliche Niederlage waren dann natürlich diese Unterzahlspiele. Gab es da nochmal irgendwas vom Trainer? Nein, der Trainer war die ganze Zeit positiv, haben wir auch so besprochen. Keine negativen Sachen am ganzen Wochenende und so ist es auch geblieben, auch gut für die Mannschaft. Der Trainer sagt jetzt nicht, Jungs, ihr müsst das und das machen, sondern er ist positiv. Ja, solange wir gut spielen, schon. Natürlich war am Anfang nicht ganz so viel mit der Sache. Aber er weiß auch, was wir alle schon geleistet haben und wie viel wir rein investiert haben in das Spiel. Und deswegen meckert er auch nicht rum. Okay, ich wünsche euch natürlich eine gute Heimfahrt zurück in die Hauptstadt. Danke. Ciao. 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 Ja, neben mir steht jetzt nochmal Lukas Reichel. Erstmal, wie geht's dir? Gut, ich bin glücklich, dass wir jetzt das geschafft haben zum zweiten Mal. Und ja, es ist ein geiles Gefühl. Wärst du dann lieber in der DNL geblieben oder hast du dann doch die richtige Entscheidung getroffen? Ja, ich habe halt, Trainer haben das entschieden, weil die haben immer das letzte Wort. Aber mir war eigentlich egal. Ich wollte beide helfen und das habe ich auch getan jetzt. Ihr seid ja nicht gerade der Favorit gewesen vor dem Turnier. Wie habt ihr es dann doch irgendwie geschafft? Ja, wir hatten Teamgeist. Wir haben immer dran geglaubt von Anfang an. Und ja, wir wollten den Titel verteidigen und das haben wir auch jetzt gemacht. Eine große Stärke von euch war ja natürlich dieses Überzahlspiel. Was sagst du dazu? Ja, wir haben viel trainiert, Überzahl, auch letzte Woche eigentlich nur Überzahl gemacht. Und ja, deswegen hat es auch gut geklappt dann. Wie schaut es jetzt aus? Wirst du nochmal weiter trainieren bei der DNL oder wie ist der Plan? Ja, wir haben jetzt nächste Woche zwei Spiele gegen Landshut. Und ja, da werde ich mitspielen und mittrainieren auch noch. Okay, also der Erzrival auch nochmal spezielles Feeling. Ja, Derby-Time. Immer geil. Irgendwie schon mal eine Einschätzung? Ja, wird schwer, aber wir glauben dran, dass wir in die Division 1 kommen bei der DNL. Okay, das hört sich schon mal gut an. Fragen deinerseits noch? Ja, also wir haben nur eins ausgemacht. Das Schlüsselduell. Vielleicht Ulmer und du. Für uns Ulmer der stärkste Goalie im Turnier. Du als, fanden wir, stärkste Einzelspieler. Du hast das Duell klargewonnen. Generell auch unglaublich. Also dein Antritt, da können viele nur hinterher schauen. Das hat natürlich auch dein Team, wenn du mitgerissen hast, mit Agaray in der Reihe. Immer einen Mann im Slot anspielbar gehabt. War das so geplant? War dir extra so zusammengestellt? Ja, wir haben auch, also von Anfang an, von Anfang der Saison haben wir so, also die Reihe ist so geblieben und deswegen verstehen wir uns auch gut. Und ja, versuche einfach das Team zu helfen und damit ich alles geben kann. Dann sehen wir uns, dich wohl, in der DNL nächstes Jahr. Vielleicht in der Division 1, man weiß es nicht. Man wünscht dir auf jeden Fall viel Glück und die kurze Heimfahrt schafft er auch noch. Von meiner Seite auch nochmal viel Glück. Auch nächste Woche gegen Landshut drücke ich euch die Daumen gegen meine Heimatstadt. Auf jeden Fall schöne Heimfahrt und danke fürs Interview. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.